Let's go. So schnell, nicht so schnell. Nee, alles gut. Da wartet ja niemand. Das stimmt. Das ist nur die Sache, das in der Aufzeichnung natürlich. Aber das ist okay. Ja gut, das können wir ja zurückschneiden. Ja, das stimmt. Nee, wir können es eigentlich auch drin lassen. Ich höre mal direkt, können wir jetzt zurückschneiden. Es gehört ja irgendwie zum Prozess mit dazu. Jetzt haben wir natürlich keinen Audiocheck gemacht. Aber in Folge 32 könnte man erwarten. Könnte man erwarten, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Also auf meiner Seite, glaube ich, geht das Audio gut raus. Und ich twittere jetzt mal, dass wir live sind. Sehr gut. Hoffe mal, dass das funktioniert. Ich habe jetzt einfach folgende Annahme getroffen, die, denke ich, ganz fair ist. Es wird irgendwie über Hybridlehre gehen. Wir reden eigentlich immer über Hybridlehre. Und irgendwie ist auch KI. Also ich fand ja Hybridlehre als Wort nicht schön, als Thema. Und als omnipräsenten Charakter. Ich will nochmal Musik anmachen. Ja. Und wir müssen, also erste schon mal ganz wichtige Erkenntnis. Henrik, wir machen wieder in Magdeburg, wir machen wieder Emergency Remote Teaching. Oh Gott. Wow. Hä, warum? Ist doch alles weg, vergessen und vergeben, oder? Ja, nicht aufgrund irgendeiner Pandemie oder irgendeines Viruses, was da auf uns wartet, sondern... Wurde die gehackt worden? Es gibt eine, nein, auch die ist doch, die ist auch nicht gehackt worden. Das wäre jetzt der dritte Grund, warum... Ja, das wäre, aber ich meine, gerade wenn man gehackt würde, gehackt worden wäre, würde man ja dann vermutlich, wie verrückt, in die Präsenz streben. Und nicht in das Online Emergency Remote, in generell. Ja, aber, aber ganz kurz, aber Emergency Remote kann auch sein, dass du durch die Gegend fährst und Arbeitsblätter verteilst. Das könnte natürlich sein. Das gab's mal. Also, das mussten... Aber wieso? Erzähl mal. Eine Gruppe von Aktivistinnen hat einen Hörsaal gesetzt. Und in dem Hörsaal kann jetzt keine Präsenzlehre stattfinden. Richtig so. Ich finde das eigentlich auch ganz, ganz interessant und ganz spannend. Und klar, und jetzt hat man eben geschaut. Ja, ist das die Aktivistengruppe? Das ist eine, ich glaube, so ein Zusammenschluss. Also, da stehen mehrere Logos auf dem großen Banner drauf, was sie vor den Hörsaal gehängt haben. Aber direkt Hörsaal 1 geschnappt, ja? Also den großen? Ja, das ist, glaube ich, nicht der... Ja, also personenmäßig ist das der Größte, genau. Boah, das könnten wir eigentlich auch mal in der Folge machen. Wie politisch eigentlich Hochschulbildung ist? Frage, Antwort sehr. Ja, also die Forderung der Aktivistinnen kann man auf jeden Fall, ich will jetzt auch gar nicht, da kein Riesenfass draus aufmachen, die kann man alle relativ gut nachvollziehen. Die Frage ist eben, ob... Also, natürlich haben sie damit eine gewisse Präsenz und eine politische Bühne, ob eine Uni jetzt der passende Ansprechpartner dafür ist oder ob man nicht eigentlich eher ein Bildungsministerium oder irgendein anderes Ministerium bestreiten müsste. Ja, aber zumindest ist mal was los. Ja. Ich meine, es ist halt wie bei Streiks, ne? Wenn das keiner merkt, dann ist das nicht erfolgreich. Also natürlich bin ich als Pendel auch nicht mehr genervt, aber... Genau, und man merkt es, also ich glaube auch nicht, dass jetzt viele Leute davon super angenervt sind, aber es ist so, wir müssen jetzt mal Lehrveranstaltungen verlegen irgendwo anders hin oder ach, das hat doch jetzt mit online super gut funktioniert, dann macht es doch einfach online. Auch wie krass. Ich meine, das bringt ja uns ja um so ein bisschen aus der, also den Themenschwenk langsam hinzubekommen, aber ich finde es so krass, dass auch nach x drei Jahren, also irgendwie wirklich nach deutlich mehr als zwei Jahren Internet immer noch so dieses, ja gut, dann machen wir das so. Also es ist nicht so, ey, alles läuft super, wie können wir es verbessern, lass uns digital machen, sondern der Ansatz ist okay, wir können nicht anders. Es ist irgendwie schon wieder so, ach, wir müssen... Ja gut, schick den Ding raus. Also so auf dem... Ja, so ein bisschen ist... Ach, hier hat doch jemand ein altes Zoomi-Ding irgendwie schon angelegt. Ja, weil... Also ich... Bisschen traurig, also das stirbt immer. Genau, es ist aber im Grunde, es ist eben das gleiche... Das Emergency ist jetzt, oh, der Hörser ist. Und jetzt machen wir... So, genau, und jetzt können wir natürlich den Bogen damit spannen zum Thema Hybrid. Genau. Ich hab mich... Also deswegen wäre auch direkt die erste Frage. Wir haben ja in unseren Redaktionsnotizen und so ein bisschen... Finde ich wirklich interessant, wie das funktioniert. Das haben wir ja auch beim DigiPH6 oder 6 hat DigiPH... Egal, also auf der letzten Konferenz auch gezeigt, wie das mit den Redaktionsnotizen funktioniert. Dann legt der eine da mal einen Gedanken ab. Also ich, dann legst du einen Gedanken ab. Und auf einmal hat man so ein... Okay, die zwei Stunden machen wir voll. Easy. Und jetzt ist immer die Frage, womit fängt man an? Und ich hatte ja direkt auch so einen Gedanken zu deinem... Also Hybridlehre. Und wie weit ist das denn überhaupt noch Thema? Also ich mach aktuell keine Veranstaltung. Die letzte Veranstaltung, das waren eh nur vier Leute. Und die hab ich eh vor Ort gemacht, weil wir den Mood produziert haben. Kann ich später auch noch mal was zeigen. Das war einfach kein Thema aus sozio-technischen Gründen. Aber ist Hybrid überhaupt noch ein Thema? Oder ist das... Weil ich weiß nicht, am Anfang war das... Am Anfang würde ich behaupten, war das so, man musste irgendwie... Dann sind die Ersten in den Hörsaal zurückgekehrt. Und mittlerweile ist... Also wenn man so in Generationen denkt, also auch so in Erstsemester-Kohorten... Dann ist ja die Kohorte, die dieses ganze Emergency mitmachen musste... Jetzt im letzten Studiumabschnitt. Wenn sie in Regelstudien zerstudieren und wie ist das? Ja. Also ich glaube auch, dass so ein bisschen... Ich hab halt den Blick an die eigene Uni natürlich. Und vielleicht auch an ein paar andere Unis. Also ich glaube, dass die Nummer durch ist. Also ich glaube, in Magdeburg macht das praktisch sehr wenige. Also außer vielleicht so die absoluten Enthusiasten. So wie ich. Ich mach das natürlich hier und da, wo ich denke... Okay, wie ich immer sage. Also wenn der Aufwand für mich ist... Okay, ich muss da kurz eine Kamera hinstellen, mir ein Mikrofon umhängen. Das kostet mich irgendwie zehn Minuten beim Einrichten. Das kostet mich zehn Minuten wieder beim Abbauen. Oder vielleicht lass es mich auch eine viertel Stunde jeweils kosten. Wenn sich das am Ende... Fünf Leute angucken, die sonst keine Chance gehabt hätten, sich das anzuschauen. Dann denke ich, hat sich der Aufwand schon gelohnt. Und das war bisher immer so. Also ich hab auch bei denen, wir haben ja dieses Non-Technical-Project-Seminarat wieder zum wissenschaftlichen Arbeiten. Da nehmen so 50, 60 internationale Studierende dabei dran teil. Und da kannst du drauf wetten, dass immer irgendeiner sagt, hier, ich konnte nicht, ich bin krank, ich hab dieses und jenes. Es gibt zufälligerweise eine Aufzeichnung. Ja, ganz kurz eine Aufzeichnung. Ich merk gerade, wir streamen hier auf Full HD. Ja. Das ist... Meinst du, das reicht? Wollen wir es weiterlaufen lassen? Weil wer... Wir kriegen ja über Twitch kein Downscaling. Wer keine gute Hinterleitung hat, wird nicht live zukommen. Wir können das natürlich auch einfach wieder als Aufnahme benutzen. Boah, ich glaub schon. Also ich kenne, ich wüsste jetzt keine Person, die nicht Full HD downstream... Boah, ich kenne aber im Brandenburger Umland und Berliner Umland einige Personen. Aber okay, ich wollte nicht... Aber okay, sorry, dass ich mich erbrochen habe. Du meinst, weil wir hier nicht dein... Wie sagst du immer, was haben wir sonst immer Schönes? Deutsche Forschungsnetzwerk. Nee, 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 nee. Bei Stream. Transcoding? Ja, Transcoding, klar. Nee, kriegen wir ja nicht. Kriegen wir nicht, okay. Aber es ist halt so, ist halt so. Ich glaub, das ist schon okay. Dann haben wir lieber Full HD in der Aufzeichnung. Das stimmt wohl. Genau. Es sind halt wirklich auch so Sachen, aber wie gesagt, der Trops ist... Genau, und ich mein, ich hatte halt die erste Session, ich hab das eben gestreamt und aufgezeichnet und hab dann danach gesagt, hier ist der Link und alle, die das irgendwie verpasst haben, hier ist der Link, guckt euch das an. Und dann meine Kollegen, die das danach gemacht haben, okay, der Raum hat auch keine Ausstattung, muss man jetzt fairerweise sagen, die haben das eben nicht gemacht und dann war es ein bisschen düdüm. Dann hatten wir aber zum Glück noch eine Videoaufzeichnung von vor zwei Jahren oder so, eben so richtig aus der Pandemie und dann hab ich die dann immer verlinkt und gesagt, wer das jetzt heute verpasst hat, guckt euch einfach das Video von vor zwei Jahren an. Aber da passiert sowas ähnliches. Ja, und ich glaub, also die, diese mobilen Setups, ich glaub, da hat eben so im normalen Unialltag keiner Lust, außer das ist jetzt irgendwie so ein ganz, ganz, ganz fancy Format, sich damit zu beschäftigen und selbst in den ausgestatteten Hörsäen, wo man ja in Anführungszeichen nur das USB-Kabel ranschließen müsste und irgendwo ein Zoom-Meeting aufhaben muss. Wenn es denn so leicht wäre. Ja, wenn es, also ja, wenn man sich denn auskennt, haben Lehrpersonen wenig Ambitionen, das zu machen, aus so ein bisschen so diffusen Gründen, also eine diffuse Angst, die immer geäußert wird, ist, wenn ich das Hybrid anbiete, dann kommen die Leute eben nicht mehr in die Präsenz. Und dann sag ich immer, ja, das mag so sein, aber das liegt halt an anderen. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Also ich kann das aus eigener Sicht nicht so richtig bestätigen. Oder sagen wir mal so, wenn du natürlich viele Leute hast, die von außerhalb kommen, du bist der einzige Termin an dem Tag und es findet nur in Präsenz statt, ja gut, was sollen die Leute machen, dann kommen sie halt her. Am Ende hätten Leute sogar einen Vorteil davon. Uiuiui, das geht natürlich nicht. Ja, nee, ich behaupte ja immer steifend fest, dass Studierende eben nicht für Präsenzlehrveranstaltungen auf den Campus kommen, sondern sie kommen auf den Campus, um so das Campusleben mitzunehmen, um sich mit anderen Leuten zu treffen, in die Mensa zu gehen, hier und da einen Paffee zu trinken, sich mit ihrer Lerngruppe zu treffen. Und wenn dann Lehrveranstaltungen irgendwie zu günstigen Zeiten auch da stattfinden, okay, dann nimmt man die halt so mit, ja, aber man kommt nicht für die Lehrveranstaltung auf den Campus. Und das ist so ein bisschen so die diffuse Angst. Dann ist, glaube ich, also ein so ein Punkt, den wir letzte Woche bei einem Hybridlehre-Workshop bei der Lehre hochenden, wo ich ja auch so ein Fellow bin oder Jahrgangsmitglied 2018 besprochen haben, da hat eine Person gesagt, sie macht super gern Präsenzlehre, sie macht super gern Lehre, sie macht super gern Präsenzlehre und sie macht auch gern Online-Lehre. Und das kriegt sie gut hin, aber sie kriegt es nicht hin, zum Frecken nicht, dieses zu kombinieren und sich auf beide Zielgruppen gleichzeitig einzulassen. Aber ich glaube, das geht auch nicht. Ohne irgendwie einen Sidekick oder irgendwie so eine Offenheit oder wie auch immer. Das ist mental und kognitiv einfach zu viel. Das klingt so, als wären wir zu blöd, aber es ist, du wirst einer Zielgruppe auch nicht gerecht. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Meine Metapher mit dem hybriden Motor war nicht perfekt aus ingenieursthechischer Sicht, gebe ich zu, aber es ist auch so dieser Dual-Mode, weiß nicht, so hieß es ja ganz am Anfang, glaube ich. Wenn du irgendwie eine zweite Person hast oder von mir aus, aber irgendwie, was willst du zuerst sein? Und springt da noch was bei raus, zusätzlich? Oder sagt man lieber, gut, dann nehmen wir das irgendwie, das nehmen wir nebenbei noch mit auf, gucken, dass irgendwie einer die Kameraperspektiven durchwechselt oder dass man zumindest auf einer Kamera alles gut sieht, viel besser noch alles hört und fertig ist der Lack. Genau und also die Person kam auch von, nicht von einer Uni, sondern von einer Hochschule und da ist ja der akademische Mittelbau noch rarer gesät als bei uns. Das heißt, da ist es auch sehr schwer, sich einen Assistenten oder eine Assistentin anzulachen, die einen da unterstützt in Technik, Aufbau, Abbau, Moderation, was auch immer. Und da habe ich gesagt, naja, nimm doch einen Studenten, eine Studentin, eine Pfiffige, die in der Lehrveranstaltung drin sitzt und versuche die oder vielleicht auch mehrere mit einzubinden, zu sagen, den Chat vielleicht zu monitoren, irgendwie Fragen zu clustern. Man hat ja aus meiner Sicht oft Studierende, die eh so ein bisschen unterfordert sind und die sowas sehr gern parallel machen und da vielleicht tatsächlich auch noch was für sich selbst bei mit rausnehmen, wenn man ihnen diese Aufgabe gibt. Aber das war zumindest der Person auch nicht so geheuer, weil man, also... Klar, damit... Eigentlich bist du ja in einem Lehrprüfungsverhältnis und dann übrigens hier ist noch ein I have a job for you. Ja, es ist tatsächlich... Es ist eine Grauzone, ne? Wie weit man... Also, weil man natürlich tatsächlich Leute dann auch so ein bisschen von dem eigenen Lernprozess abhält oder ablenkt oder eben mit anderen Aufgaben belastet, die davon schon so ein bisschen ablenken, ja. Also, ein Ansatzpunkt, den ich kenne, wo sozusagen so eine geteilte Bürde durchgeführt wird, ist ja, dass man sagt, okay, wer schreibt heute Protokoll? Und jeder muss mal Protokoll... Also, das ist auch so ein... Fand ich auch als Student immer nicht so cool, muss ich sagen, weil irgendwie... Ich will ja immer mitdenken und nicht irgendwie nur eine Session verstehen. Und dann... Also, es ist ein bisschen so wie öffentliche Güter. Am Ende bin ich darauf angewiesen, dass das alle so pfleglich benutzen, wie ich selber ein Protokoll erstellen würde. Das wäre so ein Ansatz. Oder... Breaking News, liebe Unis. Man gibt Geld aus, damit entweder Personen oder Materialien existieren. Den Schuh haben wir jetzt wie oft durchgekaut. Aber ich verstehe, dass Lehrpersonen sagen so, Leute, nee, also... Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es geht ja auch ohne. Also, Unilehre, auch gute Unilehre, muss man ja sagen, funktioniert ja auch. Auch jetzt hier die Livestreams, die wir machen. Oder auch wie... Es funktioniert ja auch ohne. Es gibt keinen evidenzbasierten Ansatz zu sagen, das ist immer das Beste. Du kannst das gleiche irgendwie auch mit Flip Classroom machen. Du kannst... Leute sagen, wir machen Portfolioprüfungen am Ende. Und... Also, du bist ähnlich wie bei eurem Lego-Praktikum. Also... Und das macht es natürlich auch schwer, das zu diktieren. Darfst du ja eh nicht. Das ist der nächste Schuh. Freiheit und Lehre. und Forschung. Genau. Und dann ist... Was machst du überhaupt eher? Weil du gerade den Unterschied zwischen Hochschule und Uni angesprochen hast. Bist du eher Lehrinstitut? Oder bist du eher Forschungsinstitut? Und das drei zusammen... Ja. So. Und also, um... Dann... Na, also diese Option, einen Studenten für diese Aufgabe einzuspannen, das war eben auch nicht en vogue. Und jetzt ist so ein bisschen die Sache. Also, Hybrid geht eben nicht. Aus diesem und jedem Grund. Ja. So. Und... Das heißt, du machst jetzt entweder rein Präsenz oder du machst rein online. Was würdest du machen? Ja, machst du Präsenz, weil das gab es halt schon immer. Ja. Und zur Not, wie du sagst, machst du halt irgendwie einen schnellen Zoom-Link auf. Habe ich auch schon gemacht. Und dann... Da passiert im Chat nichts. Da passiert... Da meldet sich auch keiner per Mikrofon. Sind wir ehrlich. Ja. So. Und ich... Ich habe dann gesagt, na ja, pass auf, dann probier doch mal. Also, das kommt natürlich drauf an, ne? It depends, wie man so schön sagt. Aber wenn du jetzt schon wirklich so ein bisschen die Sache hättest, du hättest ein paar Studierende, die kommen irgendwie von einem anderen Standort oder du willst ein bisschen flexibler denken, dann wäre ja so eine Sache, dann mach es halt online, weil ich meine, dann hast du alle Möglichkeiten, die du online hast. Du kannst es auch, wie ich früher mal gesagt habe, from the comfort of your home, ja, du kannst es aus deinem Büro machen, da hast du vielleicht irgendwie dein Experimentiersetup, deine zweite, dritte Kamera, was auch immer, wo du irgendwie fancy Stuff und machen kannst. Dein Kommunikationskanal ist dann eben erst mal primär ein Chat oder vielleicht ein Online-Whiteboard-Fragentool, Etherpad-Dokument, was auch immer, so, und der Punkt ist, wenn die, was hält denn Studierende davon ab, wenn die Uni irgendwie einigermaßen passable Räume da fährt, sich trotzdem mit einer Lerngruppe in den Raum zu setzen und sowas so wie Public Viewing zu machen, ja, und dann können sich, oder, oder das, dass du sagst, ey Studis, dann trefft euch doch irgendwie, ähm, halt, wo es euch passt und guckt euch das gemeinsam an, dann könnt ihr euch auch drüber unterhalten, ne, ihr könnt halt auch Sachen machen, die ihr nicht in der Präsenz machen könnt, weil das, weil das schon irgendwie ein bisschen nervt, wenn du halt eine Lernveranstaltung machst in einem großen Hörsaal und alle erzählen dann die ganze Zeit wie verrückt, also, die, absolut, die erzählen ja nicht vielleicht, was sie letzte Woche am Baggersee gemacht haben, sondern die wollen sich eben schon über dein Fach unterhalten und austauschen und das geht in so einem, du machst es online, aber Leute nehmen trotzdem in ihr, in irgendwie ihrer Lerngruppe als Pio Group, ja, absolut, dran teil, so wie ich gesagt habe, und ich habe mal in der Mensa gesehen, da saßen sechs bis acht Studis an einem Tisch, haben gemeinsam auf einen Laptop geschaut und haben eben eine Online-Vorlesung gelauscht und nebenbei Mittag gegessen und das fand ich irgendwie auch ganz nett und dann haben die auch gesagt, ja, sorry, wir haben halt auch an diesem Tag von sieben bis neunzehn Uhr Lehrveranstaltungen, also, das ist sehr nett, dass diese Lehrveranstaltung zur Mittagszeit eben auch online angeboten wird, weil das uns die Möglichkeit gibt, hier mal irgendwie was Vernünftiges zu essen und ich glaube, in dieser Flexibilität muss man halt denken, dass eben rein online, also, ich mache eine Online-Lehrveranstaltung, heißt ja nicht, dass da Leute eben nur zu Hause in ihrem stillen Kämmerlein sitzen, nebenbei die Decke angucken und wenn der Postbote klingelt, sind sie raus aus der Nummer, sondern eine Online-Lehrveranstaltung kann ja auch heißen, dass ich, also, wo können denn die Online- und Präsenzwelt nochmal so ein bisschen zusammenwachsen, also zum Beispiel Studierende treffen sich in der Uni, ja, oder, Was? Studierende? Moment, Was? So, ja, oder mein Kollege Thomas hat letztens so ein Ding gehabt, wir waren unterwegs zu einer Studienwerbeaktion, er konnte die Lehrveranstaltung, ich mache das ja kein Problem, ich habe ja noch Videos, ich habe asynchrones Lehrmaterial, dann sage ich den Leuten, pass auf zu dem Termin, guckt euch das Video an, bearbeitet auf Basis dessen diese Aufgabe. so habe ich gesagt, hey Thomas, noch eine viel geilere Nummer wäre gewesen, wenn du gesagt hast, kommt in den Hörsaal, also, macht das und wenn ihr wollt, kommt halt in den Hörsaal, irgendwer hat doch immer ein Laptop dabei, der Hörsaal steht offen oder der Seminarraum steht offen, irgendjemand schließt davon, dass er seinen Laptop an, genau, der ist eh gebucht, ihr seid eh auf dem Campus, kommt doch einfach in den Raum, irgendeiner von euch hat einen Laptop dabei, schließt den Laptop an, hier HDMI, drückt auf den Button, Beamer geht an, dann guckt ihr euch gemeinsam das Video an und dann ist das Video irgendwie durch, ihr könnt euch darüber unterhalten und dann könnt ihr euch immer noch ausmachen, wie jetzt irgendwie in Zweier, Dreier, Vierer Gruppen, was auch immer, die Aufgaben bearbeitet, aber dann sitzt nicht jeder für sich alleine als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin da, sondern du hast sofort auch irgendwie so einen sozialen Prozess gestartet und ich glaube, da sind so viele Sachen, die dadurch ermöglicht werden, durch ich habe Videos, ich habe eine Aufzeichnung, ich habe ein Online-Präsenz-Synchron-Dings, dass dieses, also alle verstehen halt Online-Lehre als den ultimativen Interaktionskiller, du guckst nur noch in schwarze Kacheln, nee, bumm, das ist es nicht, es kann so viel Interaktion ermöglichen und ich meine, selbst in Präsenz sind die Leute doch eh die ganze Zeit online, weil sie immer ein digitales Endgerät dabei haben. Ja, das habe ich auch letztens in der Präsentation gesagt, dass die Anzahl an Geräten eh immer die Menschen übersteigt. Also jeder hat, also ein Laptop hast du, also ein Handy hast du eh dabei, das ist nur mal ein Computer und die meisten, von mir war es auch hier der Zweite, hat noch ein Laptop dabei, es werden mehr sein. Das heißt, es sind die gleichen, die gleiche Anzahl und auch die gleiche Art an Gerät, weil ich gucke ja zu Hause, ich gucke ja nicht auf den Fernseher, das ist streng genommen auch ein Computer, aber an dem gucke ich ja keine Zoom-Fashions, da gucke ich abends irgendwie Netflix und YouTube von mir aus. Aber was bei deiner Ausführung, glaube ich, noch recht interessant ist, also meine Studierendenperspektive, Studierende sind, oder ja, ich würde sagen, als Doktorand fühle ich mich irgendwie doch auch noch als Student, wir sind relativ gut darin, auch ökonomisch und effizient, also zeitökonomisch, zu entscheiden, hey, das lohnt sich an dem Donnerstag nicht. Ich fahre nicht für 11.15 Uhr bis 13.15 Uhr rein, da mache ich an dem Tag meine Werkstudentenstelle, die acht, neun Stunden voll, gucke mir das abends an oder ein Teil von der Lerngruppe guckt rein und das wird auch nie funktionieren, das zu diktieren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, auf der anderen Seite zusätzlich werden Studierende ja auch nicht gefragt, so hey, oder auch Gruppen, also irgendwie werden ja Modul, wie zum Beispiel Tage festgelegt werden, ich bin ja schon echt ein paar Semester in der Uni, aber wie zu einer Lehrveranstaltung eine Datum-Uhrzeit-Kombination entsteht, ist für mich ein kompletter Blackbox-Prozess, das wird irgendwie gesetzt, irgendjemand hat wahrscheinlich jahrzehntelang irgendwelche Tools aufgebaut und dann ist das einfach, das ist einfach und diese Frist- oder Stier-Situation sorgt einfach dafür, dass man sagt, hey, das geht gar nicht anders, ich hatte auch schon Fälle, da hat sich der Campus-Wechsel nicht gelohnt, hätte ich S-Bahn in Potsdam einsteigen müssen bis hinter den Hauptbahnhof, da wäre ich immer zu spät gekommen, also habe ich quasi meine eigene A- und B-Woche initialisiert, so ein bisschen wie in der Schule früher und habe gesagt, dann verpasse ich halt im Durchschnitt immer eine Veranstaltung und dann, also wir sind relativ gut darin, das müssen wir auch, das wird auch irgendwie erwartet, weil es fragt auch in der Abschlussarbeit keiner, wie ist denn der Zeitplan und jetzt bitte stempeln, du wirst nach einem Ergebnis bewertet, nämlich nach einer Note und nach Qualität in der Klausur oder in der Hausarbeit und deswegen beißt sich, das finde ich auch ganz stark mit Anwesenheitspflicht, was nochmal so ein anderes Thema ist, klar für Blogseminare, so Fernstaltungen, die irgendwie sehr stark darauf aufbauen, aber das muss irgendwie so ein Push and Pull zwischen den beiden Seiten sein und wenn es, ja, aber das nur als kleines Ja und um diesen, also um die Technik, du kannst jetzt diesen Link nochmal, auch diesen Twitter Starting University Lecture 1993 versus 2023, ähm, ja, Put on Lecture, ey, da hab ich ja schon, da hab ich ja schon die erste Schnappatmung bekommen, als ich den gelesen hab, ey, es ist, es ist tatsächlich halt natürlich ein bisschen was dran, aber gehen wir mal durch, es ist natürlich witzig gemeint, aber ich meine, der hat eine, der hat eine Million Views bekommen, der ist, der ist viral gegangen, kann man mal behaupten, ja, Walk in on the hour, put notes on lecture talk, ich meine mit, mit CT und ST war da schon immer so ein bisschen Platz, okay, arrive 15 plus minutes early, check, definitiv, turn on PC, ja gut, okay, das war, das war aber 2002 schon so, egal, login with two-factor authentication using app on phone, ja, eigentlich nicht, weil Single Sign-On, done, press buttons to bring down screens and adjust lighting, ja, fix IT-isches, klar, oh, also immer, du musst immer noch mal Zeit einplanen, Zoom-Update zu installieren, dann ist immer, zum Beispiel, die, die, frag-jetzt-Webseite, die, die, also, Leute, falls wir fahren von frag-jetzt hier und mal irgendwie zuschauen, eure, eure News, die nerven total, man möchte einfach sich nur auf die Webseite einloggen, ja, dann ist immer der Einloggen-Button, der ist super klein, der als Gast einloggen-Button, der der falsche ist, der ist zehnmal größer gefühlt, ja, dann funktioniert, so, dann kommen halt, hier, jetzt auch in frag-jetzt, jetzt auch KI, jetzt auch dieses, haben sie die News, wollen sie weg, so, es ist eine neue Version verfügbar, wollen sie installieren, nein, ich will nur, und das Onboarding und Co., ich weiß, was du meinst, also, ich finde die Seite cool, die Plattform ist an sich sehr cool, aber wenn du jetzt auf, klick mal auf irgendwie auf Anmelden, ja, tu mal so, wie du dich anmelden möchtest, so, und dann siehst du, da kannst du ein Passwort-Dings und dann ist der eigentliche Anmelden-Button, ist ganz klein und unten, man klickt immer intuitiv auf diesen falschen als Gast anmelden. Ah, verstehe, okay. Also, wenn du nochmal, klick mal nochmal auf dieses Anmelde-Dings, wo du gerade, wo du gerade warst, was du gerade aufwahrst. Ja, warte mal, ähm, Ja, geht gerade nicht, ne? Nee, irgendwie, okay. Aber es war, es war ganz kurz zu sehen. Ja. Ja, und dann bist du immer als Gast, dann siehst du, dann kommt irgendwelche News und dann willst du aber eigentlich ja deine Räume sehen und deinen Raum finden. Also, ich kann das, ich kann das, dann macht das Zoom-Update, dann ist die falsche Kamera eingestellt, da musst du etwas umklicken und so, okay. VLE ist wahrscheinlich Virtual Learning Environment. Ja. Okay, dann würde ich sogar nennen, da musst du noch sagen, da musst du im Moodle oder im Elias noch sagen, wo der, wenn der Raumwechsel stattgefunden hat. Genau. Das war Upload TV aus in advance. Ja gut, das, das ist natürlich ein Quatschprozess, aber gut, also da kann die IT nichts für, sag ich mal so. Ja. Per Requirements, Setup, also, Setup Slideshow. mach einfach, setz dein Audience Response System in Gang. Ja, aber ganz ehrlich, Attendance Code braucht man halt auch nur, wenn man an der Präsenzpflicht, aber okay. Ja. Ja. Lactual Recording, Ja. Pin Microphone to La Pelle. Ja. Take it to press start talking. Also es ist, wir können ja in den Shownotes mal meine Checkliste, bevor man eine Hybrid-Lehrveranstaltung startet, verlinken. Die fängt, die fängt glaube ich eine Woche vorher an. Ja, schon. Mit im Sinne, guck dir mal den Raum an, ob das irgendwie so überhaupt nicht passt. wir haben am Mittwoch gestreamt, für einen Open-HPI-Kurs, und dann hab ich auch zwei Wochen vorher mir Räume gesichert, hab geguckt, hab ich, hab ich Schließrechte. Das ist ja ein Wort, das hab ich, das hab ich ja erst vor drei Jahren gelernt. Schließrechte. Weil, also ob, ob ein Raum offen ist, ist ja, das ist ja nur die halbe Miete, wortwörtlich. Ich muss ja auch, ich darf, ich muss ja auch buchen und benutzen und wie auch immer können. Und dann irgendwie doch noch woanders aufgebaut. ja, weil ich, ich verstehe schon, dass einem daran die Lust verliert. Und natürlich, irgendwie muss es immer weitergehen und es, es wird auch weitergehen, aber dass da, da muss ich auch wirklich sagen, da hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass, das ist von wem auch immer irgendeiner Stelle erst mal nicht gewollt. Weil, weil warum war, die, die Einstiegshürden sind viel zu hoch. Und, ja genau, also das ist, ja, da könnte man jetzt auf meinen Blog, Artikel der Verweisende, warum die Hybridlehre eben noch nicht so gezündet hat, wie man, wie sie vielleicht eigentlich zünden würde. Also ich würde mal gern noch mal zwei, zwei Beispiele. Ich sage jetzt, ich lasse jetzt absichtlich ein paar Details und auch Namen der Uni, der Universität weg, aber die mich so ein bisschen bewegt haben. Also eine, eine Geschichte war, es wurde eine große Ringvorlesung angekündigt. Vielleicht irgendwie so ein bisschen, also, und ich meine, wie würdest du, es ging nicht um Ringe oder? Hä? Nee, es ging nicht um Ringe aus. Es ging nicht um Herr der Ringe. Nee, stimmt, das war der riesen Reddit-Joke vom letzten Mal. Ringvorlesung, es ging ja auch um Ringe. Nein, so, und wie würdest du, ich meine, was würdest du unter einer Ringvorlesung verstehen? Oder was ist das Ziel einer Ringvorlesung? Ich habe ein zentrales Thema von mir aus Klimakrise und ich habe einen Wechsel an Dozenten, die in einer, ja, die sich entweder eine Staffel Stabsübergabe, also, die sozusagen um ein Thema ringt, aber immer wieder eine Staffel Stabsübergabe, Format 1, oder ich habe einen zentralen Prof oder irgendwie eine Fakultät, die sich um was kümmert und habe dann wie so einen Stern, also quasi extern, intern, extern, intern und habe, aber auch das ist ja irgendwie eine Übergabe, aber man ringt sich um ein Thema. Und das Ziel der ganzen Nummer ist? Über den typischen universitären Diskurs, gesellschaftliche Diskurse, also nicht nur Fachdiskurse, sondern auch Gesellschaftsdiskurse anzutreten und disziplinübergreifend. Also es ist jetzt selten, dass das irgendwie nur von einer, weil dann bräuchte ich, dann wäre es eine Vorlesung, keine Ringvorlesung. Genau, also es ist, es hat meistens so einen interdisziplinären Charakter und es soll ja schon über einen Fachbereich dementsprechend auch hinaus strahlen und vielleicht eben dadurch, dass man ja viele Dozentinnen und Dozentinnen da einbindet, die ja auch nochmal vielleicht irgendwo jeweils ihren teilnehmenden Kreis mitbringen, also das so ein bisschen erweitern, also ich würde sagen, zu einem Ziel einer Ringvorlesung gehört durchaus möglichst viele Leute damit zu erreichen, weil ich meine sonst... Ja, definitiv. Es ist immer auch ein Marketingprodukt. Genau, und also vielleicht auch im Sinne der Außendarstellung einer Uni sowas irgendwie schön zu machen. So, und ich meine, es gab eine große Pressemitteilung, hier Ringvorlesung, tolles Thema, wahnsinnig interessant und es gab irgendwie einen Post in einem großen sozialen Netzwerk und es gab... Also mehr BoHive als für jede normale Vorlesung, muss man ja schon mal sagen. Genau, viel mehr BoHive als für jede normale Lehrverein, weil ich meine, ich würde jetzt keine Pressemitteilung rausgeben, wenn ich mal wieder grundlegende Elektrotechnik mache oder so. So, und dann gab es in diesem sozialen Netzwerk relativ viele Rückfragen im Sinne von, ey, super interessantes Thema, super geil, aber ich kann leider nicht und ich kann nicht in Magdeburg sein, ich kann nicht zu der Zeit. Gibt es eine Aufzeichnung? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, wird es gestreamt? Kann man da online partizipieren? Lass mich raten. Und da war nicht die Frage, kann ich mich aus der Ferne so dazuschalten, dass ich exakt das Gefühl habe, wie im Hörsaal zu sitzen und gibt es irgendwie die Möglichkeit vielleicht, also Folien, Sprecher, Video, Ton, ja, und vielleicht kann ich über den Chat Fragen stellen oder so. Lass mich raten, die Antwort war nein, refuses to elaborate und damit hat sich die Sache gegessen. Genau, also was so ein bisschen unglücklich war, dieser Post auf dem großen sozialen Netzwerk, der war irgendwie so kurz vor der Osterpause, hat die Social Media Abteilung das eben rausgeschossen und diese ganzen Rückfragen, die kamen dann eben irgendwie so am Karfreitag oder weiß nicht, oder irgendwie so, dass da niemand mehr darauf antworten konnte, so richtig. Und dann habe ich irgendwann mal geschrieben, ey, technisch wäre das überhaupt gar kein Problem, weil der Hörsaal ist komplett ausgestattet, ja, und hier gibt es auch ein Demo-Video und so. Und das ist vorher gegossen, ja. Genau, und es ist eigentlich total simpel, du steckst da halt ein USB an den Laptop ran und sagst halt hier, ich bin online und dann bist du halt online. Da musst du noch einen Link verteilen. Der Ingenieur hat gesagt, es geht. Sag nochmal. Der Ingenieur hat gesagt, es geht. Der Ingenieur hat gesagt, es geht, so. Naja, und dann gab es irgendwann so nach der Osterpause gab es so einen Antwortpost, wo so drin stand, ja, wir freuen uns total super, dass jetzt wieder Präsenz geht und alle freuen sich auf die Präsenz und man kann sich ja an der Uni treffen und in die Augen schauen und so und das ist ja alles ganz schön und toll und das ist es mit Sicherheit auch, aber das war nicht die Frage, die Frage, ob man online zuschauen kann. So, und die Antwort da drauf, die da so in diesem Wir feiern die Präsenz Post versteckt war, ist nein. So, und, ähm, naja, ich meine, dann war das natürlich für die Leute, also, und, ne, ich meine, wenn da schon mehr als eine Person, es waren deutlich mehr als eine Person, die gefragt haben, ihr geht hier auch irgendwie mal online oder gibt's eine Aufzeichnung? Der Aufwand wäre ja für zehn oder ein, das wäre das, ja, das wäre das Gleiche. Genau, also der Aufwand wäre minimal gewesen, man hätte ja irgendwie diese Zielgruppe erreicht und die Antwort war halt, du, die haben ja Pech gehabt, nein. So, und ich meine, da habe ich da so ein bisschen nachgebohrt und nachgehakt und ich meine, letztendlich stellt es sich heraus, also den Personen, die das organisiert haben, ich meine, ich kenne die auch nicht wirklich, ähm, ich, ich glaube, denen wäre der, ihnen wäre der geringe technische Aufwand, das zu realisieren, schon, schon einigermaßen bewusst gewesen, aber pass auf, jetzt, der Grund, den ich rausgehört habe, ist, warum sie sich gegen ein Streaming-Format entschieden haben und ich meine, das hätte man natürlich auch von Anfang an kommunizieren können, ne, also man hätte auch in die Pressemitteilung, in die Post reinschreiben können, ey, pass auf, ähm, wir haben hier eine geile Ring-Vorlesung und wir wollen damit viele Leute erreichen, wir haben ein super geiles Thema, aber wir machen das rein in Präsenz, weil, so, ja, 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 aber warum? Ja, pass auf, der Grund ist, es soll ein Sammelband am Ende entstehen, in dem die Beiträge verschriftlicht werden, so, und es gibt Leute, die sagen, wenn ich das schon mal irgendwo gesprochen habe und dann wird das verschriftlich in einem Sammelband, dann möchte ich nicht, dass es dazu eine Aufzeichnung gibt, weil ja jemand am Ende sagen könnte, äh, Moment, Sie haben aber in Ihrem Wortbeitrag was ganz anderes gesagt, als am Ende in dem schriftlichen Beitrag drinsteht. Echt? Im Ernst? Ja, aber das, also, das muss doch inhaltlich, also Moment, das muss, hä? Das muss doch inhaltlich, also wenn ich, wenn ich irgendwo als Redner eingeladen habe oder irgendwie, ja, ich bin Profi auch immer, dann sage ich was, dann muss das doch inhaltlich kohärent zu dem sein, was ich später schreibe, also das ist ja Ich saß, ich saß, äh, ähnlich verdattert da, ich hab das Argument, und das scheint in den Humanwissenschaften durchaus üblich zu sein, das so zu handhaben, dass man sagt, äh, also ich, ich spreche, äh, und dann gibt's am Ende ein Sammelband, und also, ich mein, der Punkt ist erstens, also, wenn ich irgendwie Prof bin und da eingeladen bin und zu irgendeinem Thema erzähle, also muss ich doch irgendwie so viel Ahnung von dem Thema haben, dass ich in der Live-Session nicht irgendwas vom Pferd erzähle, ja, ähm, und dann gucke, dass ich, dass ich, äh, im Sammelband dann alles korrekt ist, wo ich vorher irgendeinen Stuss erzählt habe, weil ich mein, ähm, das, also, es ist ja auch dann Verarsche für die Präsenzteilnehmende, wenn die sagen, ja, ist ja geil, ich hab mir jetzt hier was live angehört, aber das wird alles Quatsch gewesen sein, weil das richtig, richtig, richtig schreibt der Mensch erst am Ende in seinen Sammelband rein, so, das ist natürlich das Gegenbeispiel, es gibt x Konferenzen, also wie zum Beispiel unsere Digi-PH-Tagung, ja. Da ist genau andersrum. Da ist genau andersrum, du hältst halt einen Vortrag oder es gibt einen Beitrag, äh, in irgendeiner Art und Weise und danach schreibt man halt, ähm, das Paper oder danach schreibt man einen Beitrag für ein Sammelband. Das ist jetzt ja nicht irgendein Ingenieurwissenschaftliches oder Mathe, Mint-Beispiel, was auch immer, sondern das ist, äh, Hochschuldidaktik, ne, also es ist eigentlich irgendwie so ein ziemlich ähnliches, äh, humanen, geisteswirtschaftliches Themenfeld. Naja, und ich mein, der nächste Punkt ist, gut, also selbst wenn man sagen würde, ich will das nicht aufgezeichnet sehen, dann könnte man ja trotzdem sagen, ey, wir machen trotzdem Zoom auf, Leute gucken sich das live an oder ich mach halt einen Livestream, man kann sich das live angucken, meinetwegen ist der Livestream dann eben nicht für zwei Wochen als, als Semi-Aufzeichnung verfügbar oder ich veröffentliche den halt danach nicht als Konserve, aber es gibt halt trotzdem Stream. Also das war so ein Totschlagargument, das hab ich überhaupt noch nicht verstanden und ich mein, der nächste Punkt ist natürlich, jeder, ja, hier, das On-Live, ja, jeder kann sich doch in Präsenz hinsetzen, ja, ja, erst mal kann jeder googeln nebenbei oder irgendwas anders machen, in die Wikipedia gucken oder irgendein Buch und sagen, Moment, sie haben da gerade Quatsch erzählt, das stimmt überhaupt gar nicht und ich meine, jeder, also jeder, der in Präsenz sitzt, das ist ja immer auch was, was glaube ich, viele Lehrpersonen nicht verstehen, also wenn Studierende das aufzeichnen wollen in Präsenz, dann zeichnen sie das auf, jeder hat doch so ein Endgerät, das hat beliebig gute Kamera, beliebig gutes Mikrofon und beliebig viel Speicherplatz und jeder kann da irgendwo so ein kleines Handy auf ein Stativ stellen, in einer großen, in einem großen Hörsaal auf Rekord drücken, ob das erlaubt ist oder nicht und Reality Check, das macht keiner, also das geht, gebe ich dir recht, aber das macht keiner, das Einzige, was gemacht wird, ist, in welchem Ich glaube nicht, dass das tatsächlich viele machen und wenn sie das machen, würden sie dich tatsächlich vorher fragen, also ich meine, mich haben schon oft Studierende gefragt, hier, mein Buddy kann heute nicht, der kann ich mal hier das. Ja, habe ich, aber in 4K, Bro. Genau, und das habe ich schon mal gesagt, Moment, dann Moment, schlechte Smartphone-Optik, nee, not on my watch. Richtig. Also, das ist echt ganz schön, aber es ist nicht sogar, nochmal zu diesem, ich will nicht mit hier Text und Video Beitrag, wird da nicht eher ein Schuh draus, wenn man sagt, ich halte einen Vortrag, ich schreibe dazu was und verlinke entsprechend, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Also, wenn uns Leute aus der hochschidaktischen Bubble irgendwie zuschauen, erklärt uns das gern, was es damit auf sich hat. Aber okay, gut. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. So, und ich meine, und dann das andere Ding ist, ganz kurz, eine Uni macht eine abendliche Diskussionsrunde, die gestreamt wird oder die so hybrid stattfindet. Interessanterweise gab es bei diesem Format, also es gab natürlich mehrere Kameras, dass es in Lehrveranstaltungen nicht gibt. Es gab ein großes Medienteam im Hintergrund, was das produziert hat. Es war auch echt super Ton, muss man sagen, gute Bildqualität, Bild hat ein bisschen geruckelt. Es gab ein Fragentool, was man aber interessanterweise nur für die Präsenz Teilnehmende freigegeben hat. Man hat sich nicht getraut, aus welchen Gründen auch immer, diesen Link zu dem Fragentool auch online zu posten. Ich bin ja auch, jeder hätte posten können, der im Publikum saß, aber okay. Also, man hätte dann Fragen über die Streaming-Plattformen stellen müssen, was natürlich irgendwie auch total okay ist, das zu machen. Und ja, fand ich super gutes Format, auch super gut produziert, bis auf das das Bild ein bisschen geruckelt hat, weil wahrscheinlich über WLAN gestreamt und eben nicht über eine LAN-Verbindung. Aber es war dann so ein digitales Kamingespräch oder? Genau, sowas in der Art, ja. Und aber eben wieder spannend, ja, die Lehrperson wird mit, hier, du hast doch deinen alten Laptop und ich werfe dir mal so einen Kohlestab zu als Mikrofon, mach das mal. Und wenn dann wieder, naja, da jemand vielleicht aus der Hochschulleitung spricht und hochrangige externe Gäste, dann kommt natürlich die ganze Medienabteilung und mit einem ziemlichen Zirkus wird dann ein Hybrid-Online-Format produziert, ja. Dann geht das. Dann geht das, genau. So. So. Hybrid-Dead Horse. Wir haben noch ein paar Beispiele. Wollen wir die noch machen? Wir haben noch ein paar Beispiele? Na ja, konkret vom UF jetzt. Vom UF. Wollen wir mal kurz auf diese Opspot, auf die neue Kamera schauen? Weil ich habe sie nämlich nicht gekauft, weil es sie noch nicht gibt. Ach, aber ich habe sie vorbestellt. Okay, lass mich mal, lass mich nochmal. Wir können ja mal kurz auf die Webseite schauen. Ja. Oh ja, im Jahr 2019. Wir kreierten die welterste Kite-gestörte PNC. Vor allem hast du dir die Präsentation schon mal angeguckt? Nein, natürlich nicht. Wir können jetzt ein bisschen Reactionary machen. Das ist, es ist. Ich mache mal, warte mal, ich muss mal mein eigenes Kamerabild ausblenden. Selbst an sich ausblenden, sehe ich nämlich deins größer. So. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich mache mal Vollbild, weil das haben sie sich verdient. Das hat bestimmt, das hat Diebel übersetzt. Und jetzt. Ja, jetzt sei mal, hallo. Da ist ein Gradienten in der Schrift. Darum geht's doch. Ach so. Piu. Die neue Ära einer Falcon. Ja, wie brauchst du dich für so eine Bruce Willis-Stimme? So, und also. Die Präsentation stimmt schon mal. Nur, ob ich das, ob ich den Teil will, weiß ich noch nicht so genau. Naja, das ist halt die große Frage. Also, ich habe ja die Opsbot Tiny und die Tiny 4K mit der besseren Auflösung, die haben wir bei dir getestet. Ich benutze immer die Tiny, weil sie nur per USB Strom braucht. Die andere, die 4K braucht so viel Strom, dass man externes Netzteil braucht. Und jetzt. Nie zuvor erlebte Videoqualität. Gut, das ist uns nicht gut genug. Also, sie haben ja mal bei dir getestet in Potsdam. Die normale 4K. Jetzt spielen sie darauf an. Hier, die hat den krass großen Sensor. Und genau aus diesem Sensorgrund habe ich mir ja mal die Insta 360 Link gekauft, die auch absurd kleines, aber eben auch den größten aller Sensoren irgendwie haben soll. Welche Kamera hatte mich noch mal so geflasht? War das die Opsbot? Das war die Opsbot 4K. So, und ich glaube, bei der haben sie jetzt eben noch mal den Sensor größer gemacht. Naja. Naja, und ich glaube, die Beispiele sind eben immer, ne, also das ist jetzt die supergeile und das ist eben irgendwie eine andere und dann hast du da. Okay, wann kaufst du die? Wann testen wir das? Ja, wenn sie dann ankommt, ne? Ach, du hast sie doch letztlich schon bestellt. Ich habe sie, ich habe, ne, ich habe sie so vorbestellt. Also, man musste irgendwie so 30 Dollar, da das was da steht, Vorauszahlung. Oh, das geht. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Die habe ich jetzt schon mal, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, irgendein Paket da gekauft, aber ohne Fernbedienung, weil Fernbedienung ist großer Quatsch. Niemand möchte eine Fernbedienung haben. Das haben sie, das hat irgendwie sowas von so einem, ähm, na, hier, wer heißt's? Wenn man, wenn man Backer sein kann, also im Sinne von, ich backe ein Projekt ab. Oh, wie heißt denn diese Plattform? Äh, 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 Kickstarter. Ja, genau. So, boah, Brian Freeze. Ja, genau. Das hat, das hat irgendwie so, ja, und dann, ich weiß nicht, scrollen, also was ich noch nicht verstanden habe, ähm, ich, man kann da doch noch endlos weiter scrollen auf dieser Seite, ne? Bestimmt. Bestimmt. So, also da, das 4K, sie haben den riesengroßen CMOS-Sensor, sie machen irgendwie schnellere Fokussierung, weil das irgendwie die KI fokussiert. Der, der Beauty-Modus, der ist natürlich für mich total wichtig. Auf jeden Fall. Sprachsteuerung finde ich tatsächlich spannend, also weil, ähm, jetzt kommen wir nicht so ganz so schnell runter. Ja, ja, sorry. Ähm, warte mal, was ist da drüber noch, wo die Dame im Sportoutfit da sitzt? Pix-Gay. Achso, Pix-Gay. Das ist, das, das finde ich auch, ähm, ganz interessant mal zu gucken, wie das funktioniert, weil das ist ja jetzt so ein, äh, was sie damit, glaube ich, zeigen wollen, ist, das ist krass gegen das Fenster gefilmt, ne? Mhm. Und das Fenster ist natürlich überblendet. Ja gut, weil die zwei, ähm, äh, weil die, weil die zwei, äh, ISO-Werte hat. Genau, kann sie, kann sie gleichzeitig das eine und das andere machen. Das haben tatsächlich eher Spielreflex-Kameras. Und das fände ich mal ganz witzig, weil ich meine, das ist nämlich bei mir jetzt immer so ein Punkt, wenn ich mit meiner OBS-Bot-Kamera am Hörsaal stehe, muss ich immer gucken, dass ich kein Fenster im Hintergrund habe und nicht den Beamer im Hintergrund habe. Ähm, diese Animation, die finde ich, die finde ich der Wahnsinn. Ja, also beim einen, da laufen die Bilder, die laufen zack in einem durch. Warte mal, geh mal mal kurz ein bisschen hoch. Ähm, nee, nee, ich wollte ihn groß machen, deswegen. Achso, nee, wolltest du ihn groß machen? Äh, äh. Ah ja, das mit diesem Dual-ISO. Nee, vor allem das mit der, mit dem, die Metapher für, Moment, 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 hier, die da. Ah ja, okay. Ja, finde ich als Metapher ganz cool, so auf der, ja? Ähm, wobei das natürlich nicht nur an USB 3.0 liegt, aber das noch. Nein, definitiv nicht. So, das mit dieser Sprachsteuerung finde ich ganz spannend, weil, also das, was an der Kamera und an der Opspot und an der Insta 360 Link ja cool ist, ist diese Gestensteuerung, ja, mit dem L, mit für den Zoom und Hand fürs Tracking und so. Das Ding ist, wenn, wenn du viel gestikulierst, wie ich manchmal, dann machst du absichtlich diese Gesten. Ja. Und dann macht die so, und ich, ähm, ich, ich warte dann bei der Sprachsteuerung da drauf, dass eben Student, Studentin in den Raum ruft, ey, Position 3 oder was auch immer, ne? Und dann macht die Kamera oh Quatsch. Also... Jetzt macht den anderen Lehrenden doch nicht noch mehr Angst, Matthias. Sleep, sleep, tiny, sleep. Sleep, tiny. Ich überlege mir gerade viel eher, wie, wie, ähm, die Aussprache in denglischer Weise, also Position 3 oder, oder, ähm, ja, Unlock Me ist, kann schon auch für sehr witzige Szenen im Seminar. Ähm, ob high tiny so ein super Sprachbefehl ist, sei auch mal dahingestellt, aber, ja, okay, uh, das ist ja der Sprachbefehl. So, und was, das Letzte, was ich gern noch, äh, irgendwie gucken, das hab ich so ganz kurz in der Vorschau gesehen, das hab ich nicht verstanden, ähm, oder knüpft sich auf Anni? Ja, ähm, ja, sorry, machen wir weiter. Mit den Zonen. Irgendwie ganz unten auf der Seite gab's irgendwas mit Zonen. Ja, die magische Gestensteuerung, okay, rein und raus, und sie kann halt ein paar mehr Gesten, ich glaub, da musst du jetzt noch ein bisschen mehr KI anflanschen. Ja, diese komische Ferroverfolgung. Verstehe. So. Ah ja, so, und das ist jetzt das mit den Zonen, was, so, was, was sagen die mir jetzt? Jetzt kannst du eine bestimmte Zone festlegen, in der OBS-Port-Tiny die Verfolgung. Aber ich verstehe nicht, ist das, wenn sie reinrennt, automatisch, oder? Ah, und dein Finger leuchtet dann blau, oder? Ähm, ah, ne, ach, sie folgt, oh Gott, okay, hä? Ähm. Na gut, also das mit den Zonen hab ich noch nicht so richtig verstanden. Okay, dann zoomt sie halt so. Also sie kann Gesichter erkennen, irgendwie so, oder Menschen, und. Ja, aber übrigens, äh, am, äh, vorgestern diese Hadley-Kamera, die wir zusammen getestet haben, ähm, mit vier Personen getestet, da machte sie auch wirklich vier Kamerakacheln draus. Okay. Ja, okay. Aus einer Kamera tatsächlich? Ja, ja, aus, ich glaub, sie kann bis zu sechs. Ja, okay, diesen Tischmodus hat sie auch. Da ist, glaub ich, okay, wenn, das müssen wir austesten. Ja, das kann diese Tiny, das kann diese, ähm, äh, Quatsch, äh, die Insta360 Link auch, da hab ich ja schon mal... Aber sieht das so aus? Ist das quasi part of the finished product, oder ist das... Also das sah schon ganz gut aus. Du hast ja bei dieser Insta360 Link auch diese Whiteboard-Marker, und dann... Also ich glaub hier, ich weiß nicht, inwieweit das gefakt ist, dass du, du musst natürlich, um das Blatt zu erkennen, irgendwo einen guten Kontrast zwischen Blatt und Tisch haben, ne, wie soll das sonst das Blatt erkennen? Irgendwie... Und vor allem, wenn du keinen, wenn du keinen aufgeräumten Tisch hast, so wie ich, dann... Ja gut, irgendwie scheint hier schon so eine Transposition zu erfolgen, also wenn man jetzt nicht gut mal die Hand in die Hand... Ja gut, ich mein, das ist ja am Ende, ist das eine Bildtransformation, die Kissenverzerrung, äh, auszugleichen. Oder das... Ja, aber das ist ja, das ist ja jetzt eher ein Indiz, das für, dass es... Okay, weil das würde natürlich meine... Eine Trapezkorrektur machen, okay. Also das mit den Zoom, mit den Zonen, mit den Sohns, muss ich mir auch nochmal anschauen, das verstehe ich auch nicht so richtig. Okay, aber jetzt kommen wir mal in die Liste, diesen Whiteboard-Modus, das hat sie halt auch. Also ich glaube, sie haben jetzt versucht, oder sie haben vielleicht gemerkt, okay, hier, die Insta360 Link, die... Was, fühl dich frei, AFK zu sein? Was ist das? Also AFK ist doch Away from Keyboard. Away from Keyboard, ach so, okay. Fühl dich frei, quasi... Du bist dabei. Und da kann ich auch... Der Datenschutz-Modus, okay. Ach, das ist der Datenschutz-Modus. Ach so, du drehst sie runter und dann bist du aber natürlich nicht mehr zu sehen. Vor allem dann geht, dann schläft sie. Ja, ja. Nee, das macht ihr aber die andere auch schon. Nur eine Kachel, kein Problem. Ja, so Fernbedienung will halt gar keiner haben eigentlich. Ja, gut, die gehen halt leider... Ja, das ist halt... Das ist wie mit der Fernbedienung für den Fernseher. Wenn die weg ist, kannst du halt dein Gerät nicht mehr. Und was ist... Was macht der globale Hotkey? Ach so, der macht die Steuerung flexibel. Okay. Naja, okay, cool. Also schauen wir mal, wenn sie dann ankommt, können wir sie testen. Ja. Oh, na, weiß nicht, dann ist da noch so ein zweiter Link des FHR.com. Das wollte ich auch mal kurz angucken. Habe ich jetzt auch irgendwie mal so gefunden. Können wir auch mal kurz draufschauen. Ja. Ein Distributor für Videokommunikation. Die haben ja irgendwie auch fancy Stuff, so für die Hybridlehre. Das klingt teuer. Also allein das Wort Distributor klingt nochmal Fahrpunkt, äh, Copy. Oha. Uh, das ist, das klingt, das sieht stark nach Enterprise. Fancy Dancy aus. Ja. Also das ist, ähm... Uh, geil. Das wäre so, ja. I would say, this is out of our business. Das ist eher out of our Portemonnaie. Also... das kriege ich nicht, äh, gebraucht bei Ebay Kleinerzeigen gekauft. Das ist das Problem. Das kriege ich nicht bei Ebay Kleinerzeigen gekauft. Das kriege ich vor allem niemals in unseren Uni-Betriebs-Sales-Prozess-Ablauf rein. Gut, ähm, ja, professionelle Konferenzsysteme, die halt, die halt gut Geld kosten und für immer funktionieren. Das, ja... Wäre cool. Dann lass uns mal aufs UF, aufs UF schauen, aufs University Future Festival, das UF-Forums für Digitalisierung, das auch in der letzten Woche stattgefunden hat. Ja. Und es gibt ein paar interessante Tweets. Wir machen schon mal Überleitung, ich sammle links. Genau, es gibt ein paar interessante Tweets von Peter England. Also, ich muss sagen, ich hatte, das UF lief ja über drei Tage, ich finde das UF so geil, diese, diese, diese Abkürzung UF. Ich war beim UF. Ich war beim UF nur einen Tag leider dabei an dem Donnerstag, äh, hab mir da ein paar Sessions angeschaut. Ach, du warst echt? Ich hab mir am Mittwoch auch Sachen angeschaut und am Donnerstag hatte ich selber einen Beitrag, aber ich habe nur online teilgenommen an dieser Online-First-Veranstaltung, die aber auch hybrid stattgefunden hat in Präsenz an drei verschiedenen Standorten. Ja. Nämlich in Berlin, in Bochum und ich weiß nicht wo. Ach ja. Ähm, also Peter hat geschrieben, noch auf der Suche nach dem Mehrwert. Also, er wollte so ein bisschen friendly trolling, wie ich das nenne, ähm, um mal einfach was Kritisches, aber auch was Nettes zu sagen. Ähm, klar, aus der Perspektive heraus und, ähm, in Kombination mit den Kommentaren hat sich dann durchaus, äh, Vor- und Nachteile ergeben. Ähm, ob jetzt eine Jogginghose ein Vor- oder Nachteil ist, sollte sich jetzt mal jeder selber überlegen. Ähm, ähm, allein aus der Perspektive heraus und dann kommen ja auch gleich ein paar andere Kommentare wie irgendwie Folien zu klein, ähm, klar, ist das natürlich schon zu klein, weil wenn ich den Ausschnitt, bin ich hier über richtig? Ja. Wenn ich jetzt den Ausschnitt auf einem richtigen Monitor habe, ist das natürlich die eigentliche Experience. dann ist halt auch mal die Frage, als Veranstalter legt man irgendwie nochmal mehr Geld auf den Tisch, um eine richtig große Leinwand zu haben und dann werden wir wieder bei dem Witz, ähm, von vorhin mit Leinwand runterfahren, etc. gucken, also es, die Probleme potenzieren sich ja nur noch. Ähm, witzig fand ich den, den Kommentar, guck mal beim Buffet, weil, da ist dann natürlich, äh, sozial, technisch und was die Diskussion angeht bei Kaffee, Kuchen und Snacks durchaus mehr Potenzial gegeben. Außer man kennt die Leute schon und ist eh über Discord, Slack, äh, oder Rocket Chat oder wie sie alle heißen unterwegs. Und dann kann man seine eigenen Snacks zu Hause mitbringen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Das weitere Bild war, ähm, ah nee, das sind direkt die Kommentare, genau. Ähm, genau, Anja meinte, Jürgen Hose, bedarfsgerechte Verpflegung, klimaneutrale Anreise. Echt interessanter Punkt, der irgendwie uns ja auch schon wichtig ist, also vielen zumindest. Ähm, und dann meinte er, es gibt hier Spaces, äh, in denen man sich zurückziehen kann und einer dieser Spaces sah so aus. Ähm, Hipster Entrepreneurship würde ich das nennen. Ja, und das ist, jetzt würde ich sagen, das sind eben genau die Räume, die uns an Unis fehlen. Ja, also, ähm, vielleicht müsste man jetzt noch mal mit ein paar Raumteilern und ein paar Akustikkanälen irgendwie ein bisschen akustisch entkoppeln, aber das sind halt genau die Räume, die ich immer an Unis vermisse, wo du dich fancy hinsetzen kannst, wo du dich mit deiner Lerngruppe treffen kannst, wo du irgendwie, äh, eine Möglichkeit hast, mal dein USB-Gerät zu laden, dein Laptop zu laden, vielleicht ein kleines Tischchen hast, wo es, ähm, steckdosen fehlen hier tatsächlich massivst, würde ich behaupten, aber ich war nicht vor Ort. Ja, vielleicht sind die, vielleicht sind das so Hipster-Möbel, wo die drin versteckt sind. Und ich war letzte Woche, ähm, ähm, mit einem Studenten auch bei einem deutschen Normungsinstitut, will ich das mal, also, so wie man hier sagt, was ich, ich trinke ein koffeinhaltiges Brausegetränk, ja, kann man ja so, ähm, oder eine Hacker-Brause, kann man auch, kann man ja das so ein bisschen, äh, markenneutral formulieren, und da war das, da war, da, mehr als ein Normungsinstitut? Ein Normungsinstitut. Ja, aber haben wir mehr als ein Normungsinstitut in Deutschland? Äh, ja, weil die ja, weil wir natürlich fachliche Normungsinstitute haben für diese und jene Fachbereiche. Aber es gibt nur eine DIN, oder? Das habe ich schon richtig verstanden. Ja, 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 aber die hat ja mehrere Verbände und so, die da drin aufgehen, um was mit Normung zu tun. Na, auf jeden Fall war da, äh, Student von mir hat einen Vortrag gehalten, sehr gut, und, äh, die hatten auch so einen total Hipster-Möbel-mäßig ausgestatteten Raum, und die saßen da auch so, so loft-mäßig rum, und da, Ja, muss man, muss man den Kollegen vom UF einfach zugestehen, dass sie gesagt haben, hey, die Möbel stehen da ja sonst nicht, die werden sich ja auch irgendwie in eine Messehalle, ich weiß nicht genau, wo es war. Das war irgendwie den Berlin in irgendeiner Brauerei. also die Möbel stehen da, ja, die standen da nicht, die stehen da wahrscheinlich auch nicht mehr, aber trotzdem hat man überlegt, hey, wie schaffen wir es, einen Raum zu transformieren? Auch da hätte ich jetzt gesagt, einfach nochmal irgendwie Tape an die Wand, für 20 Euro ein paar, ja, irgendwie, ja, aber guck mal, da steht da hinten, der LED-Scheinwerfer, der steht da hinten, da steht da schon. Fancy Licht ist schon da. Bisschen Baum ist auch schon da, hier ist schon noch ein Trenner und wie gesagt, Workspace, wir bitten um Ruhe, also irgendwie was zur Verfügung stellen, dem Platz irgendwie, ja, es klingt jetzt irgendwie, einen Grund geben oder irgendwas, was da gestehen soll oder auch nicht und was die Leute dann daraus machen, wir sehen nur Erwachsene auf dem Bild, das ist dann irgendwie deren professionelle Entscheidung und es haben sich mit Sicherheit Leute gefunden, die da telefonieren, sich austauschen, wie auch immer, ja, ja, aber du hast schon recht, das sind die Räume, die uns fehlen. Ich muss gestehen, bei uns im HPI existieren so Räume und schöne, also, das, ich sag jetzt mal böse, das hängt so ein bisschen ab, vom Institut auch ab, aber es braucht mehr solcher Räume, weil die sind natürlich auch echt begehrt und wenn man dann zu spät oder nach Mittag kommt, dann sind die Plätze weg. Also, das ist ein endliches Gut. Und das sind genau die Räume, in denen man eben auch in Präsenz an einer Uni, an einer Online-Lehrveranstaltung teilnehmen kann, ob sie denn synchron oder asynchron stattfindet, wie auch immer, aber, ja, also da kannst du ja auch, also, mit solchem Raum kannst du jetzt genau das vorhin angesprochene Hybrid-Dilemma auflösen, in der die Lehrperson sagt, ey, ich mach gern Präsenz, ich mach gern rein online, aber beides zusammen kriege ich nicht hin, ne, aber mach halt, mach online und dann setzen die Leute sich trotzdem in Präsenz hin, gucken sich deine Online-Lehrveranstaltung zusammen an und haben dann trotzdem ein, Achtung, zwei Euro in die Achse, Krono-Mehrwertkasse, haben trotzdem einen Mehrwert davon, weil sie sich eben gegenseitig fragen und dazu diskutieren können, was sie in der reinen Präsenz eben nicht könnten und in der reinen Online auch schwieriger, weil sie sich ja dann über zwei Videokonferenzsysteme miteinander verschalten müssten, einmal für ihre interne Kommunikation und einmal für das Online, für die Online-Deck-Job. Ich glaube, auch der Kommentar von Peter trifft es echt ganz gut, dieses Degradieren, es klingt hart, aber das, was ich auch immer sage mit nicht gerecht werden, das ist irgendwie das gleiche Argument, definitiv. Ich glaube, dass es aber durchaus gut war, dass sie es so gemacht haben. Wie gesagt, ich glaube, am ehesten ist so die Sicht schwierig für die vor Ort Leute. Ja, und ich glaube, die hätte man einfach auflösen können, indem man auf dem Monitor nur die Folien zeigt. Ja, genau. Absolut. Absolut. Aber das ist ja, das ist ja ein easy fix. Genau, genau. Und das mit den Bühnen und so macht das auch schon gut, muss man durchaus sagen. Also an sich, ich möchte das jetzt gar nicht so als irgendwie Kritik und Nitpicking und hier irgendwie verstanden wissen, sondern das ist ein super geiles, super interessantes Konferenz- und Präsentationsformat, von dem man jetzt eben als Hochschule, wenn man mal ein ganz bisschen visionär denkt, ja, und eben nicht sagt hier, jegliches Online-Format ist der ultimative Interaktionskiller, wo man halt super viel draus lernen kann. Und wie ich immer sage, du musst solche Sachen eben ausprobieren, weil sonst kriegst du nicht raus, was daran gut und schlecht funktioniert und wie du daran wachsen kannst und das besser machen kannst. Und klar kann man sich vorher ein paar Sachen überlegen, aber am Ende geht es dann doch ein bisschen anders, als man sich das irgendwie vorher überlegt hat. Und deshalb finde ich das super, super gut. Aber eben trotzdem von Peter sehr, sehr gute ... Sehr puntiert. Der trifft schon richtig die Punkte. Muss man ... Genau. Sehr, sehr gut beobachtete Kommentare einfach. Definitiv. Und weil ich leider nicht in Präsenz daran teilnehmen konnte, weil ich einfach die Tage keine Zeit hatte, weil an dem Donnerstag Zukunftstag war zum Beispiel und ich mit vielen netten jungen Menschen hier irgendwie Experimente an der Uni gemacht habe. Cool. Hatte Nils noch was? Ach so, und dann ist noch ... Das fand ich jetzt auch noch irgendwie interessant, das hat der Nils gepostet, dass er gerne ein ... Also er schreibt auf ein Tablet. Und dann will er das aber nochmal abfilmen. Und dann will er das nochmal abfilmen, damit man die Hand sieht. Ah, okay. Damit man mit der Hand auch was zeigen kann. Und das habe ich nicht ... Also ich verstehe das, okay, du hast dann irgendwie so die Gesten und du kannst dann mit der Hand und dann sagst du jetzt nehme ich den Term und setze ihn da ein und jetzt haben wir das irgendwie so und so umgeformt. Und du kannst es natürlich dann auch mit zwei Fingern was zeigen oder mit der ganzen Hand was zeigen. Also mein Argument war, nimm doch hier so einen Pointer, ja, was du mir mal empfohlen hast, hier Penetention. Also ich sehe schon irgendwie den Punkt, das tatsächlich mit echten Händen und Handgesten zu machen, aber mir geht das trotzdem nicht in den Kopf rein, dass ich, ich schreibe auf ein digitales Tablet und dann filme ich das nochmal ab. Also dann würde ich sagen, oh Gott, dann schreibe ich halt gleich irgendwie auf Bezettel und Stift auf Papier und filme das ab. Aber ein elektronisches Display nur aus dem Grund abzufilmen, dass ich da meine Hand oder Hände zeigen könnte, das ist doch, erscheint mir ... Ah, lass mich mal ganz kurz, da meldet ... Ich meine, da hätte ich mal ein Paper zu gelesen, ob das was ... Ob das, äh, ob das ... Während du das Paper suchst, also dieses, ich zeige mit Händen auf was oder ich gucke Sachen an, das war ja mein Pro, mein absolutes Pro-Argument für Lightboard, ja? Also ob der ganzen Nachteil, die so ein Lightboard mit sich bringt, aber das ist ja definitiv ein Vorteil. Ich kann da, ich stehe, ich zeige, ich gestikuliere wild, ich, äh, ne? Und ich kann auch so, je nachdem, wo ich hingucke, ein Blick lenken für die Studierenden, also ich meine, einen Blick lenken kann ich ja auch nicht. Ähm. Ja, du kannst so ein bisschen, also du ... Also ich würde sagen ... Natürlich, wenn du sagst, das ist schon wichtig, oder der Körper ... Ja, aber ich meine, also dann, so sehr ich das ja auch immer disse, ähm, aber ich meine, dann würde ich sagen, nein, schreib doch halt an, also schreib an die Tafel und film die Tafel ab, weil ich meine, dann kannst du wirklich mit deinem ganzen Körper dann irgendwie davorstehen, gestikuliere, ich meine, stehst halt natürlich auch immer ein bisschen im Bild, aber hier mit, ne, wenn du die, das Display von oben ab filmst, verdeckst du ja mit der Hand auch ständig irgendwas. Ja, zumal, das ist, ähm, das ist die eingescannte E-Mail. Also ich, also wie gesagt, ich verstehe auch den Anwendungsfall. Ja, das ist irgendwie für ein bisschen so für mich das Fax des, äh, des 22 Neonauts, ja. Also ich, ähm, ich kann es mir irgendwie komisch vorstellen. Das Paper, was ich suchen wollte, äh, da ging es nicht um, also man hatte die Hand nie gesehen, es ging nur darum, ob, ähm, ob es digital ist und ob es echte Schrift ist oder ob es sofort eingeblendet wird oder ob sozusagen man das Tracing noch sieht. Äh, ich verlinke es auch mal unten. Das ist ein anderes Thema. Ähm, was mir jetzt hier noch auffällt, einfach so als, als Gesundheitstipp, ähm, die Schriften, die man, oder die Boards, die man direkt sehen kann, man schaut ja sofort hin, das gibt wohl relativ harte Nackenschmerzen, wenn man das mal macht, geht, deswegen sind unsere Vacom-Boards, oder die, die Firma ist egal, aber die Boards, auf denen man das nicht sieht, einen Ticken ergonomischer und besser, weil du dann deine normale Arbeitshaltung, einfach, einfach nur so random, two cents Ergonomie. Naja, und was ich immer argumentiere, ist, wenn ich eben, äh, ich kann das jetzt ja hier demonstrieren, wenn ich jetzt auf mein Vacom gucken würde, weil ich auf dem Vacom schreibe und da das sehe, dann gucke ich eben nicht in die Kamera, das sieht total komisch aus, während wenn ich jetzt auf den Bildschirm, ich gucke jetzt mal mit Absicht nicht direkt in die Kamera, so wie jetzt, sondern ich gucke mal auf den Bildschirm, da wo jetzt irgendwas Twitter, Peter, England steht, ähm, ja, da wo ich vielleicht schreiben würde, in die Mitte von meinem Bildschirm, dann sieht das trotzdem mehr aus, als wenn ich in die Kamera schaue, als wenn ich halt auf das Pad schaue. Aber jetzt mach ich mal, jetzt haben wir irgendwie nur, nur, äh, rumgepöbelt, was ist denn, wenn es jetzt, angenommen man hätte, so eine Art digitale Sprechstunde, ähm, was würde man denn jetzt sagen, also ich würde halt entweder, also ich glaube, ich würde sagen, nimm entweder das eine oder das andere, also entweder du hast halt irgendwie so ein, so ein Overhead-Kamera-Stativ, was natürlich, es ist ja anscheinend ein Hörsaal, schwierig ist, weil Geigen-Stativ, C-Stand, und hast du nicht gehört, oder nimm eben rein digital, ähm, ich meine, es ist ein schönes, es ist ein schönes Schreibbord, das ist die ganz große, das ganz große Besteck in der Produktkategorie, ähm, weil man es eben sieht, ähm, auch, er hat ja auch hier schon, sein kleines Audio-Unterface, aber was würdest du denn jetzt, ähm, empfehlen? Ja, total schwierige Nummer, also ich, das, ähm, den Punkt mit den Händen verstehe ich ja total, ich sehe halt nur die Herausforderung, dass du, du hast ein super gutes 1A-digitales Bild, du könntest es wunderbar, äh, in, in super guter Qualität mit sehr wenig Kompressionen und ganz wenig Datenrate übertragen, und jetzt filmst du es ab und machst es matschig, ähm, nur, nur um ein paar Hände drüber zu legen in real, also ich weiß es nicht, also wenn ich das jetzt irgendwie in gut bauen würde, würde ich mir halt irgendwas OBS-mäßiges überlegen, dass du schon das digitale Bild, ähm, von dem, von dem Vakuum, ähm, in den Hintergrund legst, als ein Layer in OBS, dann wirklich irgendwie schon echt deine Hände abfilmst, auf dem echten Whiteboard oder auf diesem echten Tablet, wo du das siehst, aber dann, irgendwie, sagen wir mal so, mit Chroma Keying, äh, sagst, du machst das, du stellst das Tablet auf, auf, sag ich mal, total maximale Helligkeit und vielleicht irgendwie minimalen Kontrast, also so, dass du da selber noch was und dich drauf erkennst, aber man trotzdem deine relativ dunklen Hände von dem weißen, überblendeten, äh, Display gut weg, Chroma Keying kann und dann legst du die echten Hände einfach mit einem Filter und OBS drüber. Und dann hast du das, das echte Tablet, also das echte, nicht abgefilmte Tablet Bild im Hintergrund in perfekter Qualität und deine Hände sind da vielleicht so ein bisschen matschig drüber, ähm, aber zeigen trotzdem genau an die richtigen Stellen, wenn du die Kamera vernünftig drauf projiziert hast. das hab ich, das, dem würde ich mich anschließen, ich hab mal schnell was rausgesucht, was man mal in der Vergangenheit gemacht hat, auch von einem Kanal, den ich schon öfter, oder den wir schon, glaub ich, immer mal wieder hatten, äh, Tyler DeWitt, ähm, der macht so eine Kombination, ähm, wie ich millionfach geklickt, so quasi der Educhemie-Channel, ähm, auch schon vor Jahren, sehr weit seiner Zeit voraus, ähm, er schreibt eben auf Papier, weil es ist irgendwie doch mit den Formeln, ähm, gut vor sieben Jahren gab's jetzt auch ehrlicherweise nicht so viele Endgeräte. Ja, na, und ich mein, das Ding ist, wenn du auf Papier schreibst, das wäre jetzt der nächste Punkt, wenn du auf Papier schreibst, dann hast du natürlich, du hast ein mattes Papier, du hast einen dunklen Stift, du hast einen super guten Kontrast. Und du siehst hier auch so ganz leichte Übergänge, aber die merkt keiner. Genau, und du hast dann auch echt irgendwo so den Schatten deiner Hand, ne, und du, ähm, so, dann kaufst du dir aber die ganzen Nachteile von Papier, du kannst nicht löschen, du kannst nicht Dings, du brauchst neues Papier, du brauchst Papier, ne, das ist wie, wie bei dem analogen Lightboard, dann putzt du das da ewig oder was auch immer. Aber jetzt quasi diese Link, die so, wenn wir mal groß, ähm, die Oberfläche, die man, also die große Kachel, wäre jetzt in Nils Fall die, das digitale Whiteboard. Genau. Und so wie du gesagt hast, würde ich eben die Hände benutzen. Entweder man hat so eine leichte Draufsicht, weil ich hab ja, er hätte ja unten hier noch so ein bisschen Platz, wo jetzt hier, like, das Video steht. Ja. Und dann könnte man zeigen, damit man sozusagen Hand-Augen-Koordination, ähm, hat. Ich hab das auch mal nachgebaut und man hat eben doch relativ viel Platz für, es gibt Vorteile, wo ich sage, okay. Das ist jetzt so ein klassisches Legetechnik-Video. absolut, genau. Ähm, oder eben, äh, und wenn das die, das Video oder der Video-Feed von dem Board ist, den er, den er ja hier auch hat und man dann aber eben sieht, wo man hingreifen würde, zumal das ja auch schon, also es hilft ja schon zu wissen, in welchem Quadranten ich bin, um so eine gewisse Geste, Stick und dann aber auch die gleichen Hände, die man, mit denen man, ich meine, man sieht ja jetzt auch in meinem Video, ähm, leicht, wenn ich jetzt was halten würde oder was vorziehen würde, ähm, dass diese Relation zumindest, Klaas, ähm, was mich stutzig macht, aber wo ich einfach sage, boah, da hat sich, mir jetzt auch echt einen harten Fall rausgesucht, es ist halt ein Hörsaal, also, ja, das ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist, du musst es dann trotzdem mit, mit, ähm, überschaubarem Aufwand und ich meine, klar, er hat sich schon extra da, so eine improvisierte, äh, Arbeitsplatzerhöhung gebaut, dass man da vorstellen kann, dass man die Maus auf Arbeitshöhe hat und, also klar, so viel, mit kein Kabel, ja klar, aber ist, ähm, das ist schon, also wir reden ja immer über kleines, mittleres und großes Besteck, das ist schon für mich so eine mittlere, mittelgroße Lösung, definitiv, ja, also, ja, aber, aber cooles Setup, definitiv und, ja, also ich finde es auch einfach cool, dass es Leute auch, das klingt jetzt blöd, aber immer noch und weiter probieren, ja klar, auf jeden Fall, weil es, es ist, die Schallmauer muss man erstmal einreißen und, wie gesagt, ich hatte jetzt die Tage auch, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen was ausprobieren und meine Studenten waren auch echt richtig cool am Start, äh, können ja auch direkt einfach mal zeigen, wir haben, wie gesagt, gestreamt, ähm, und haben wir auch Stunde 23 echt gut gemacht und, ähm, letztlich haben die angefangen so ein bisschen mit, ähm, was, was, wer sind sie, warum fand der Kurs statt, im Chat war ein bisschen was los, dann haben wir eigentlich relativ einfach und das ist witzigerweise genau diese Situation, ähm, haben sie dann gezeigt, wie Audio- und Videokodierung funktioniert, weil im ganzen Kurs geht es darum, wie tut sie im Computer, Binärschreibweise, Dualsystem und Co. Und dass man dann sagt, aber was mache ich denn jetzt damit? und, äh, Aaron erklärt eben gerade, welche, äh, Frequenzen es gibt, das Dinnisk-Schema, warum das doppelt so hoch sein muss und so weiter und natürlich könnte man die Bildschirme jetzt noch so ein bisschen anpassen, dass man noch weiter sieht, okay, ich, und hier sehe ich ja zum Beispiel auch gar keine Hand, ich sehe jetzt, okay, ich schreibe oben rechts, da, es ist leicht Zeitverzöger, so ein paar Sachen kann man auch optimieren, die grüne Wand haben wir gar nicht benutzt, ähm, das hat man in der, in der Totalen gerade nochmal gesehen, ähm, und das ist auch ein Raum, den wir mehr oder minder, ja, also ich will den weiter ausbauen, aber das war so die, okay, wir haben zwei Stunden Zeit aufgebaut, es hat, Foto-Finish gerade so funktioniert, und ich und ein anderer Studenten haben noch im Hintergrund, ähm, quasi die Moderation gemacht, und das war so ein Szenario, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wie gut das auch in einem Kurs ankommt, wo ich ja gar nicht weiß, und da gab es so ein bisschen Wechsel, das der andere mal geschrieben hat, ähm, und, dass ich gar nicht weiß, in so einem, in so einem WU-Kurs, wer sitzt denn da, und, was ich auch interessant fand, wir haben um 14 Uhr angefangen, es ging dann so bis 15, 20, 30, und nächste Woche gibt es das auch, dass, dass so mitten am Tag war, und sowohl irgendwie, ich habe zwar schon Schule aus, gucke mir das aber jetzt noch, an Lernenden gab, aber genauso, so als Persona sozusagen, Gabi und Klaus, äh, von mir aus, äh, direkt nach der Verrentung, oder auch die, ja, wir nennen sie ja immer, ähm, Professionals, also irgendwie so die Spanne 40 bis 60, die am Ball bleiben wollen, und ich glaube einfach so sehr an dieses Format, dass man pointiert zusammenkommt, und eben nicht, also zum Beispiel in einem Kurs, von mir aus einmal die Woche, dann konkret Fragen macht, auch in Richtung Klausurvorbereitung, glaube ich, da im Rahmen MOOC, und es ist ja die einzige Möglichkeit, weil du ja vorhin meintest, ich habe Studierende, die sich auf dem, eh auf dem Campus treffen können, ich habe, wenn es jetzt nicht gerade das erste oder zweite Semester ist, soziale Beziehungen, im Sinne von Gruppen, und WhatsApp-Gruppen, und wie auch immer, die sich anderweitig finden können, und erst die Woche, das habe ich ja in dem MOOC alles gar nicht, wir machen keine digitale Schnitzeljagd, wenn sich jemand neu auf der Plattform anmeldet, und auch da ist es immer so, okay, entweder du findest Leute, und wir haben Call-Up Spaces, all das, aber das ist, dass entweder du kennst die Leute schon vorher, oder du kannst dir so viel Potenzial online aufbauen, dass du, aber das ist total schwierig, das zu skalieren, und diese Live-Chats sind die einzige Möglichkeit, dass man mal pointiert die Möglichkeit bekommt, mit anderen in den Austausch zu kommen, damit man nicht nur alleine vor seiner Kiste sitzt, und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich da total viel Potenzial sehe, was erstmal mit der reinen Wissensvermittlung gar nicht so viel zu tun hat. Nee, klar, das ist einfach der soziale Prozess des Lernens, wie ich immer sage, und eigentlich musst du eben dir überlegen, was machst du in den synchronen Phasen, damit die asynchronen Phasen auch gut funktionieren. Und dann hatten wir auch tatsächlich auch einen Fall, wo einfach die Erklärung, also es gab eine Frage, dann haben die Kollegen es nochmal ausgeführt, und einfach kontextualisiert, und dann gab es noch eine Ergänzung im Chat, und zusammen war das einfach eine runde Sache, dann konnte man weitermachen, die ja auch nicht geplant werden kann, weil wir sind ja immer mit Folien und Abläufe, und wann muss der Raum frei sein, und all das, also im Sinne von, man ist ja irgendwie auf einer, man sitzt ja auf einer Zeit, aber in dem Kontext, wir hätten jetzt auch noch eine Viertelstunde weitermachen können, haben dann irgendwann gesagt, okay, passt für den Moment, und auch das finde ich, ja, das kann so ein bisschen atmen, dass man sagt, okay, gibt es noch Fragen, so ein bisschen auch wie du sagst, ich mache nicht sofort Katsch, schmeiße alle raus, ich kann den Raum vorher aufmachen, ich kann den Raum danach aufmachen, und ich hatte zum Beispiel auch in der Vorbereitung so, boah, okay, da muss ein Moderator rein, dann brauche ich da noch jemanden, das sind so, ich verstehe diese Ängste, aufgrund dieser Trolling, und was soll alles passieren, aber die Arbeitsatmosphäre möchte ich mal, die digitale Arbeitsatmosphäre ist hoch und groß genug, dass das erstmal eine unbegründete Sorge ist, irgendwie sollte man natürlich gewisse Maßnahmen haben, damit das alles civilisiert abläuft, aber erst sollte man sich um seine Lehrveranstaltung kümmern, dann seine groben Werkzeuge kennen, und dann kann man immer noch sagen, okay, ich lege jetzt erstmal für den Moment den Chat lahm, aber das ist nicht die Erstsorge sozusagen. Genau, definitiv nicht, nein. Ja, jetzt habe ich an der Stelle auch mal wieder gelernt, weil, ja, Skin in the Game, und mal Sachen ausprobieren, und dann irgendwie herausfinden, wie sie funktionieren, aber auch total gemerkt, das braucht feste Bestandteile, ja, als du nach Potsdam gekommen bist, habe ich ja auch einen kompletten Seminarraum, einfach komplett auf den Kopf gestellt, für dieses Repurposing betrieben, und aufgebaut und Augen zu, und gehofft, dass es funktioniert. Ich kann total verstehen, dass man das, neben all den Sachen, Gremienarbeit, irgendwelche Gutachten, Abschlussarbeiten, also es gibt ja so viel mehr, die dieses Anforderungs- und Aufgabenprofil treffen, dann nicht noch sagen kann, nee, Leute, beziehungsweise sagt, ich mache jetzt kein Hardware-Experiment, mit irgendwelchen OBS-Dulli-Bots, nein, also auch das kann ich verstehen, aber umso wichtiger finde ich es cool, dass es sich durchaus so eine Szene gebildet hat, die halt sagen, ja doch, wir probieren das, und wenn das dann ja eine Quatsche ist, dann müssen wir gucken, warum, und dann machen wir es besser. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Was ist denn das zweite Fundstück der Woche, als kurzer Übergang? Auch wieder YouTube, fand ich ganz cool, manchmal, also der YouTube-Empfehlungsalgorithmus, ist manchmal einfach richtig, richtig gut, und ich habe ein Video gefunden, das heißt, Great Impractical Ideas in Computer Science, PowerPoint. Esoterik-Programming-Languages? Ja, ja, also PowerPoint-Programming, ich dachte auch, das ist so, boah, 51 Minuten, ich habe dann währenddessen quasi ein längeres Frühstück währenddessen gehalten, also es gab, anstatt, Variante 1 ist, du hast eine Vorlesung, und dann gibt es einen Gastdozenten, okay, Variante 2 ist, du verkaufst das als S-Kurs, über ein vermeintliches Meme-Topic, Esoterik-Programming-Languages, sind wir mal ehrlich, das ist so, das klingt ein bisschen so wie, ja, wenn du mich einlädst, dich so immer was über Elektrosmog erzählt oder so. Genau, und dann denkst du dir so, boah, okay, hart nicht klausurrelevant, brauche ich das, und warum, und das irgendwie in beliebiger Reihenfolge, der Core-Trak hätte auch sein können, ähm, how to build a Turing-Machine, using proprietary software. Ja. Hat der aber nicht so genannt, das bringt uns so ein bisschen zu Clickbait, da würde ich aber gerne das nächste Mal drüber reden, um noch besser vorbereitet zu sein, aber letztlich, ich kann ja einfach mal reinspringen, wir packen den auch unten rein, hat auch schon 1,6 Millionen Aufrufe, ähm, er hat dann zum Beispiel gezeigt, wie man eine Turing-Maschine, ja, ist das, wie alt ist denn dieses Video? Drei Jahre. Drei Jahre, ich bilde mir ein, dass ich das auch mal gesehen habe. Ja, und, also wie gesagt, das ist so, älteres Fundstück, aber absolut sehenswert, er hat dann eine Turing-Maschine gebaut, die ein Palädom erkennen kann, ähm, und da waren, also ich dachte, ich kenne PowerPoint echt gut, und auch so die Logiken, und so, ja, okay, und es wird halt viel mit Effekten, und, ähm, den Layern gearbeitet, aber er zeigt dann zum Beispiel auch, wie Bilder sich verformen, und wie die Attribute von einem Objekt, also wie man die Altbeschreibung verwendet, wie die dann benutzen, oder auch wie, also, durchaus, ja, das ist so, wie mein Sohn hat mal, äh, in Minecraft, ähm, weiß nicht, einen Logikrechner auch gebaut, oder irgendwie, was der halt, ne, mit, mit, ähm, mit diesem Redstone, wo man Strom weiterleiten kann. Genau, quasi den, den Übertrag irgendwie hinbekommen, und dann merkst du, okay, das ist der Overflow. Kannst, baust du halt am Ende noch irgendwie eine Anzeige und ein Binary zu Sieben-Segment-Decoder, und dann hast, also gibt's, brauchst du endlos viele Blöcke natürlich, in so einer Welt, aber das funktioniert schon, ne, und das gibt man zwei Zahlen ein, und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und das Coole ist einfach, dass, es geht ja nicht darum, genau darin zu programmieren, also das ist ja, man soll ja, klar, in Minecraft soll es natürlich auch einfach Spaß haben, rumrennen können, also dieses, dieser, dieser Game-Kontext hilft. Jetzt in dem Video geht's ja natürlich nicht darum, wie sich PowerPoint-Developer oder, oder Programmer, äh, das ist kein Tool, aber wie das Tool funktioniert, im Sinne von, welche Werkzeuge da schon eingebaut sind, wie man die Zweck entfremden kann, Genau. um zum Beispiel eine In-Each-Schleife, ähm, oder eine, äh, ja, Referenzen zu benutzen, ähm, sehr, sehr spannend, und ich, also ich hab mir eigentlich gedacht, ja, das ist, also mal wieder so, das ist die Art und Weise, wie man ein Thema verkauft, das vielleicht erst mal kein, also ätherische Programmiersprachen, wahrscheinlich haben sie noch links und rechts im Seminar weitere Sachen gemacht, aber auch die Viralität, äh, und die Präsentation ist, und auch da, ich glaube, sowas gäbe es öfter, wenn wir in der Lage wären, so wie hier jetzt, mal einen Klassenraum abzufilmen, und man sieht am Anfang einen ganz kleinen, einen ganz kleinen Unterschied, weil hier siehst du noch die einfach abgefilmte Ansicht, das ist jetzt nicht so super gut, die Kontraste kämpfen gegeneinander, und dann hat jemand gesagt so, nee, ich nehm das doch ganze E auf, auf meinem, äh, Supergerät auf, und auf einmal siehst du es viel besser, Immersion ist deutlich besser, und, ähm, also das Video macht vieles richtig, ist nicht völlig überproduziert, betreibt zu einem gewissen Grad Clickbait, es ist ein sehr humoristischer Programmier, äh, Quatsch, Präsentationsstil, und, äh, der Typ ist einfach auch ziemlich krass, und so in Summe, Ja, der hat auch so dieses, äh, 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 Be Imaginary, Get Real T-Shirt an, mit dem, wo die imaginäre Einheit und die 3CP sich unterhalten. ja, Nerdfaktor, ich sag mal mal, Faktor total hoch, aber großartig. Ja, der Nerdfaktor ist wahrscheinlich da, in dieser Community auch extremst hoch, also, wer sich auch schon ausdenkt, ein Seminar, das ist so ein bisschen wie eben unser, äh, unser Non-Technical-Project-Seminar, also schreibt einen, einen Beitrag und haltet eine Präsentation, so wie man es bei einer wissenschaftlichen Konferenz machen würde, aber macht es über ein nicht-technisches Thema. Absolut. Im Sinne von, ähm, warum wird im Flugzeug so viel Tomatensaft getrunken, hat Coca-Cola den Weihnachtsmal erfunden und so weiter und so fort. Ja, und das, das ist natürlich dieses, ähm, esoterische Programmiersprachen, ja, du lernst was über Programmiersprachen, oder es geht schon, ist ein bisschen auch wie unser Lego-Praktikum, mein Ding, ne, also, es geht darum, programmieren zu lernen, und dafür, das machen wir jetzt mit Lego. So, bumm, auf jeden Fall. Sehr gut. das war mein, das war mein Klinik. Genau, aber so, es geht in die Richtung, ähm, Intelligenz, und jetzt kann man da noch dieses, dieses K-Wort davor setzen, und also, wir müssen, wir müssen kurz, ich weiß nicht, wie ausführlich, wir müssen auf jeden Fall kurz über ChatGPT reden, weil ich etwas gelernt habe, nämlich, ähm, wenn man, wenn man, fang mal an, fang mal an, ja, wir hätten jetzt noch so einen kurzen Dialog, dass ich sage, wir müssen über ChatGPT reden, und dann, und dann so, so dieses, nein, doch, nein, doch, nein, so, bisschen wie bei Louis Define, ja, nein, also, wenn man, ähm, ich muss mich kurz konzentrieren, wenn man ChatGPT auf Französisch ausspricht, dann heißt es, ChatGPT, und ich kann kein Französisch, aber meine Kinder haben mir gesagt, das heißt, ChatGPT heißt Katze, ich habe gepupst. Hihihi, witzig, wihi, ja, sehr gut. So, das ist, ich würde sagen, damit können wir das Thema ChatGPT für heute auch wieder abschließen. Okay, ach, das war, das war's jetzt schon. Das war zu ChatGPT, nein, wir können jetzt noch, äh, natürlich irgendwie so andere KI-Tools besprechen. Nee, wir wollten jetzt, nee, ich wollte jetzt mal so einen Edu-Einsatz. Mach mal so einen Edu-Einsatz. Joscha, Joscha Falk, den ich persönlich nicht kenne, hat eine sehr, einen sehr interessanten Ansatz gezeigt. Weil ich, ChatGPT, alle schön gehöre, Old News, schnell von gestern. Ähm, so wie ich das verstanden habe, hat er sich ein Erklärvideo von MrWissen2Go, der sehr, der, also das Produktionsteam und MrWissen2Go macht echt ziemlich guten Content. Das ist schon wieder so ein volles deutsche Kompliment. Die machen sehr coolen Content. Und da hat er sich letztlich die Spur rausgenommen, hat gesagt, äh, ChatGPT, nimm dir bitte folgenden, folgenden Text und schreibe 10 Single-Choice-Fragen. Also 10 Fragen, bei denen immer nur eine Antwort richtig ist. Und jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. Ähm, genau. Erster Weltkrieg, fucken Verlauf, was ist der Schliefenplan, was war das größte Problem beim Schliefenplan, und so weiter und so fort. Das sieht sehr stark nach H5P aus. Ja. Oder? Naja, ich glaub, das ist jetzt erstmal nur... Ah, hier Lumi, ja, okay. Ja, Lumi, genau, das ist H5P dann. Ja, das ist dann, genau, so. Also irgendwie, wo ich aus dem Workflow irgendwie ein bisschen überlegt... Das ist auf jeden Fall jetzt H5P. Genau, so. Und einer davon ist dann entsprechend richtig. Ähm, die korrekte Antwort wurde jetzt nicht markiert, aber das wird er als Lehrer wissen. Ähm, so. Und er hat gemeint, passt, kann er einsetzen, was ich sehr interessant fand, und dann bin ich so, mi, 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 und pro und contra klar abwägen. Ähm, wo sei da die Arbeitserleichterung? Hat ein User gefragt. Ähm, weil du musst dir ja den, das Video musst du dir anlesen, äh, Quatsch, durchschauen. Das musst du aber auch machen, wenn ich was, also auch wenn ich was kuratiere. Natürlich ist jetzt der Kanal im Service2Go so hochgradig professionell, warte mal, dass man sagen kann, nee, das, das passt. Das kannst du ungesehen empfehlen wahrscheinlich. Auf der anderen Seite. Ist so wie bei Mio und Lovis. Ja, genau. Und, ähm, oder wenn du, was weiß ich, Quacks und Co. Ja, halt läsch, das ist, äh, my things. So diese ganzen, die haben ja etabliert, die haben viel zu viel zu verlieren, als dass sie irgendeinen Quatsch erzählen. So. Aber die sind auch so kurzweilig gemacht, dass, kannst du die auch eh angucken. Hilft, hilft jetzt, schadet jetzt der Unterrichtsvorbereitung auch nicht. Ähm, den Text musst du irgendwie kontrollieren. Okay, das sehe ich ein, aber egal, was ich im Unterricht oder in der Vorlesung mache, das muss ich ja auch, ähm, die eigentliche Generierung der Aufgabe, ähm, übernimmt dann das Tool. Jetzt könnte man auch sagen, okay, ich kann ja, ich kann ja auch nur fünf generieren lassen und denke mir fünf selber aus, es gibt Materialsammlungen und so fort. Also man fängt ja jetzt selten so komplett bei Null an, weder, also weder in der Schule noch in der Uni. Also als, als lehrende, als lehrer Person. Ähm, was ich auch interessant fand, ist, ähm, wiederum so dieses, okay, welche, welche, ähm, Mechaniken und Methoden will ich eigentlich, äh, Personen beibringen. Denkt euch selber fünf Fragen aus, auf Basis des Videos. Also rausgeben, kuratieren und lasst euch fünf von, von einer KI ausgeben als Material- oder Unterrichtseinsatz. Und dann fand ich aber auch interessant, dass man, ja, dass, dass man, ja, warum sind jetzt Multiple- oder Single-Choice-Fragen per se schlecht? Wenn ich mir überlege, wie unsere Mediziner am Staatsexamen geprüft werden, dann kreuz. Fahrerlaubnisprüfung. Fahrerlaubnisprüfung. Also wir haben so viele hochgradig staatlich zertifizierte Vorgänge, möchtest du nennen. Ja, also was ich jetzt halt an den Fragen jetzt so spontan, ich habe mir das Beispiel auch ganz kurz angeschaut, ähm, sagen würde, das sind natürlich jetzt eben wissensbasierte Fragen, ja, also die. Absolut. Das sind Sachen, da bräuchte ich 20 Sekunden für. Aber, äh, ich glaube, das war jetzt auch nicht der Anspruch, da jetzt kompetenzorientierte Fragen draus. Und also ein so ein Kritikpunkt, den ich jetzt sehen würde, wenn man jetzt auch so ein bisschen nitpitting ist, ähm, was ist denn jetzt, also sind das jetzt einfache Fragen, sind das schwierige Fragen? Er hat ja einfach nur gesagt, gib mir mal Fragen. Ja, absolut. Und, ähm, ich glaube, da wäre jetzt ziemlich viel, äh, Musik nochmal drin, also diese Fragen mit so typischen Lernenden, ich weiß nicht, wo das Thema ist, in welcher Klassenstufe, ich würde mal so vermuten, achte, neunte Klasse, sowas in dem Dreh, ja, ähm, das zu machen, also sind das dann Fragen, die, die, die alle problemlos lösen können? Sind das Fragen, die fast keiner problemlos lösen kann? Also, haben diese Fragen so eine desirable, Difficulty, wie man immer sagt, gibt's da so einen Ceiling- oder Flooring-Effekt, wenn ich die frage, ähm, warum, also, ja, wahrscheinlich vier Antwortmöglichkeiten, eine richtig ist, das, was man eben so klassisch würde ich sagen, ne, auch bei Wer wird Millionär, ähm, ist das ja auch so, dass das Fragenformat, aber, ähm, eben, das, was man so bei guten Multiple-Choice- oder Single-Choice-Fragen macht, auch haben die Fragen eine Trennschärfe, ähm, ne, das sind jetzt erstmal, das sind jetzt so Schnellschuss-Fragen, würde ich mal so auf den ersten Blick vermuten, und, aber, nichtsdestotrotz würde ich behaupten, wenn du jetzt Chachipiti fragst, hier gib mir mal zehn Fragen, ähm, oder halt, ähm, ein anderes KI-Tool sagst, hier machen wir mal irgendwie x Fragen, das von denen, also, ich würde mal behaupten, dass, dass, die werden ja, die, nicht alle davon werden Schrott sein, also, da wird Schrott dabei sein, aber, also, bestimmt die Hälfte, würde ich mal sagen, roundabout, ist schon ganz gut nutzbar. Genau, ja, man ist, dann sind die Fragen schlecht, und nicht Multiple-Choice per se, weil, wenn ich mir, genau, genau, wie gesagt, äh, Fahrprüfung, äh, Staatsexamen, ähm, auch, auch so standardisierte Tests, wie, änglisch, und, ja, ja, also, der muss halt, ja, ja, also, den Punkt, den ich jetzt nochmal so, so ein bisschen sagen würde, ist, ähm, ich glaube, dieses Meme hatten wir ja auch schon mal so, ne, wo, also, die, die Person will einen Job, und dann sagt die halt, ey, chat GPT, schreib mir mal eine geile Bewerbung, und dann schreibt chat GPT eine Bewerbung, und dann kommt da so ein Anschreiben und Dings raus, und dann sagt der, der Personaler, ey, chat GPT, ich hab hier eine Bewerbung, kannst du die mal, kannst du die mal für mich, äh, zusammenfassen, und dann kommt halt da raus, ja, hier, äh, Tim wants the job, ja, so, und dann, okay, Tim wird eingestellt, so, und das hast, also, das ist natürlich auch so ein ganz bisschen die, die Gefahr, die ich so sehe, also, ne, Lehrpersonen sagen jetzt, ey, supergeile Sachen, es gibt da so ein Video, jetzt mach ich hier irgendwie einen KI, äh, äh, Ablauf, und dann mach ich aus dem Video andere Materialien, wie zum Beispiel Fragen, ja, und, ich, je nachdem, wie automatisiert das funktioniert, also, frage ich den GPT, gib mir mal bitte die Antwort auf folgende zehn Fragen, naja, genau, so, je nachdem, wie automatisiert das funktioniert, kommen da halt, also, da kommen Fragen raus, da kommt Material raus, und je nachdem, wie gut das funktioniert, guckst du dir das als Lehrperson nochmal an, oder vielleicht nicht, also, ich sage mal so, wenn ich mittlerweile Sachen von DeepL übersetzen lasse, längere Texte, wo ich weiß, ey, das ist jetzt nicht super fachlich relevant, dass da exakt das Wort für Wort genau drin steht, was ich jetzt haben will, dann kippe ich auch manchmal so einen langen Text da rein, kommt eine Übersetzung raus, schickst du irgendwem, sagst, wird schon passen, also der Grundtenor des Textes ist okay, so, wenn du das jetzt ein paar Mal gemacht hast, hier irgendwie, du hast dir zu irgendeinem Video Fragen erstellen lassen, und das hat irgendwie immer so funktioniert, dann sagst du beim fünften Mal, sagst du, Feuer frei, mach mal Fragen, ich gebe dir, habe einen automatischen Ablauf, die kommen auf meine Lernplattform, und Studierende, oder Lernende machen das, und ich meine, was machen die Lernenden, die machen genau das gleiche Ding, die sagen, ich habe Fragen bekommen, warum soll ich jetzt selber nachdenken, oder irgendwie recherchieren, ich frage jetzt, ich google, ich frage wieder ChatGPT, was ist denn die Antwort auf diese Frage, oder ich frage irgendein anderes KI-Tool, ich sage jetzt, wenn ich ChatGPT sage, sage ich das als Synonym für andere KI-Tools, so, und, also, Lehrpersonen nutzen KI, um Lehrmaterialien zu erstellen, Studierende nutzen KI, um Lehrmaterialien zu bearbeiten, um Fragen zu beantworten, um irgendwie Assessment-Formate, um Einreichung zu generieren, so, dann hast du, dann Studierende, beantworten dir irgendwas, schreiben dir irgendwas, natürlich KI-gestützt, so, was macht die Lehrperson, die nimmt eben wieder KI, um sich das zusammenzufassen zu lassen, um das irgendwie in einen automatischen Bewertungsworkflow reinzupacken, so, dass am Ende irgendwie eine Note rauskommt, oder irgendein Kriterium, wo man dem, ja, der Lernenden Person klagen kann, hier Pass, Fail, oder, oder was auch immer, so, und, ja, was ist denn dann der Wert von Bildung, also, was machen wir, was ist denn dann eigentlich meine Aufgabe als Lehrperson, was ist eigentlich die Aufgabe eines, einer Lernerin, in so einem Prozess, und bestimmt nicht, wir haben ganz viele KI-Workflows, in die wir irgendwie Sachen reingeben, und dann kommen Sachen raus. Das klingt ja nach einer typischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die wir im Hochschulsektor gar nicht kennen. Ich feiere diesen Workflow natürlich total trotzdem, aber, ähm, ich glaube, äh, we all need to take a step back, oder so, wie man sagt, ne, also, was, worum geht es uns eigentlich, ja, worum geht es uns eigentlich, also, ist mir das, was, was sollen die Jungs und Mädels jetzt eigentlich irgendwie zum Stiefenplan lernen, ähm, außer was, was sie nicht auch exakt in dem Moment googeln, oder in Wikipedia nachlesen könnten, wenn sie es dann brauchen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie zu gucken, wer hat denn den Text, also ich kann es ja auch, gerade in der Schule, habe ich ja nun mal, äh, in starken vor Ort, äh, Kohorten, Kohortenbindung, also Präsenz, und wenn ich jetzt eben sage, okay, wir machen jetzt kurz mal, ich brauche ein paar Fragen als Einstieg, als Auflockerung, als, wer hat denn grob den Text gelesen, und wer hat den wirklich gar nicht gelesen, ähm, dann würde ich sagen, reicht's, weil dann habe ich Zeit, um mich für andere Dinge einzusetzen, ähm, es, oder, die Zeit anders zu benutzen, es fallen ja keine kompletten Abschlussnoten, auf ne, auf Basis von einem Zehn-Punkte-Quiz am Anfang der neunten Stunde irgendwie raus, also, das passiert ja schon auch nicht, aber er, wie gesagt, er, so ähnlich wie mit der, mit den Präsentationen, ähm, Programmieren, PowerPoint, ähm, ähm, es geht irgendwie nicht um das Tool, es sind jetzt nicht Single-Choice wieder, oder KI-generierte Single-Choice, der heißer Scheiß, und alle müssen es machen, sondern was kann ich denn damit den, 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 den Schülerin oder den, den, äh, Lernenden im Allgemeinen, weil ich denke wieder, oh mal an unsere MOOC-Kurse, was kann ich denen denn beibringen? Wie kann ich, und natürlich die eine oder andere Effizienz nehme ich auch noch gerne mit. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob, also mein erster Impuls als Lehrender wäre jetzt gar nicht, alles sofort auch wieder mit KI drauf zu schmeißen. Ich habe zum Beispiel letztens versucht, ein Skript, ähm, ein Video-Skript, äh, mir helfen zu lassen, und hab, äh, hab gesagt, hier, gib, bauen wir mal bitte, äh, äh, was war das? Genau, bauen wir eine CSV-Datei, ich brauche einen Datensatz, um SQL zu erklären. Und ich dachte, natürlich kannst du auch Sachen andere, aber ich will, wollte keinen Existierenden benutzen, weil der ist ja auch wieder Google-Bar, das ist ja Teil von Body of Knowledge, und wollte halt einen eigenen, um klarzumachen, okay, das, ähm, und dann habe ich irgendwie versucht, so, hier, setz mal auf, und dann hat er mehrfach irgendwie, die, was war da, genau, die Header waren irgendwie doppelt. Also hatte ich irgendwie in einem, in einer, in einer Spalte, es muss ja Übergangs- und Überschneidungsfrei sein, hatte ich zwei Header, quasi immer so im Wechsel, und in einem hatte ich drei, und in der anderen, in der anderen Spalte hat es gepasst. Und dann sage ich hier, JTBT, da ist ein Fehler, das muss Mutually Exclusive sein, und jetzt bitte mal Schritt bei Schritt, also die ganzen, Ja, ja, genau, das Übliche, die ganzen, die ganzen Magic World, so. Und im dritten Versuch war es halt einfach immer noch nicht überschneidungsfrei, und dann habe ich mir gedacht, gut, ich kann natürlich jetzt anfangen, JTBT-Code zu debuggen, oder ich mache es selbst. Und, äh, wie auf den BVG-Bussen steht, äh, wenn du, wenn du, äh, läufst, kommst du an, wenn du auf den Bus wartest, kommst du an, also wartest du auf den Bus, äh, ist natürlich eingelegend an ein anderes Berliner Sprichwort. Also habe ich es selber gemacht, sozusagen, ja, und dann habe ich mich echt so ein bisschen gefragt, wie, also ich würde manchmal in Arbeits- oder in Alltagssituationen so ein bisschen Mäuschen spielen, und anderen so ein bisschen beim Arbeiten über die Schulter schauen, wie andere, also auch in anderen Fachbereichen, wie andere das jetzt gemacht hätten. Also entweder, weil, also wie, wie hoch muss die Frustration sein, lauter die Forschungsfrage, bis man sich von JTBT oder von KI-Sprachmodellen im Allgemeinen abwendet. Weil es ist ja irgendwie auch, wie gut ist mein Prompt, was will ich, was will ich genau davon, brauche ich nur ein Stück, brauche ich die Gesamtlösung, ähm, weil ich war nach vier, ich war nach vier Queries, gut, da kam halt auch relativ viel Code immer dabei raus, den ich dann ausführen musste, um überleben, dann habe ich wirklich gedacht, es kann auch jetzt nicht sein, dass ich gerade das Debugging übernehme, von etwas, wo ich, also, ja, dreimal rechts ist halt auch einmal links, und ab welcher, an welcher Stelle sagt man, vielen Dank, ich mache es selber. Also wir haben es letztens wieder in einer Übung ausprobiert, zur elektromagnetischen Verträglichkeit, ich habe eine nicht allzu komplizierte Aufgabe, also für die man jetzt auch kein Diagramm, kein Schaltbild brauchte, sondern die Aufgabe ließ sich in so ein bisschen Text erklären, mit Studierenden zuerst von Hand gerechnet, und ein bisschen mit MATLAB, ein bisschen Zahlenrechnung gemacht, sodass wir so eine Idee hatten, okay, so muss man das machen, so ist der Formalismus dahinter, so muss man das umstellen, das kommt halt raus, und da haben wir diese gleichen drei oder vier, fünf Fragen, ChatGPT gefragt, und naja, wie es so ist, also wie man immer so schön sagt, zum Bestehen hätte es gereicht, ja, also zwei Antworten waren richtig, zwei Antworten waren falsch, und spannend war halt zu sehen, an welchen Stellen es wieder fehlsteht, also dann wurden Formeln nicht so richtig umgestellt, oder dann doch irgendwie der falsche Logarithmus benutzt, und am Ende gab es aber so eine argumentative Frage, was jetzt die Vor- und Nachteile an der Rechnung in DB sind, und hier habe ich die Frage der Studierenden gestellt, und die haben so ein paar Ideen gehabt, also das, was man so klassisch sagt, irgendwie das, was normal eine Multiplikation ist, ist in DB Wert eine Addition, das macht eben das Rechnen einfacher, und ein Nachteil ist vielleicht, man muss eben umrechnen dann trotzdem, naja, und die Frage, da war, also da war ChatGPT um Welten besser als die Studierenden, würde ich sagen, weil da viel mehr so Ideen raussprudelten, wo das jetzt Vor- und Nachteile bringt, also, die trotzdem mir jetzt als Lehrperson bekannt sind, und die mit Sicherheit auch mal irgendwo in irgendeinem White Paper von irgendeinem Messgerätehersteller aufgeschrieben sind, aber das war spannend zu sehen, also die Rechenaufgaben, die liefen nicht so gut, aber die argumentative Aufgabe, die lief wieder relativ gut. Ja, ich bin echt sehr hin- und hergerissen, ob ich in unserem nächsten, oder in einem anstehenden MOOC, gucke, welche Aufgaben man wirklich so richtig plain and simple einfach damit lösen könnte, und, ich muss immer den zu sehr Kontrollierenden in mir, ja, kontrollieren, witzigerweise, weil natürlich kannst du dann sagen, haha, dann gebe ich euch ein anderes Datenset, und dann weiß ich, wer, aber, ist das denn so ein bisschen, ich glaube, es war auch dein Zitat, wenn du, ein, ein gefundenes, gegogeltes Ergebnis, ist korrekt, wenn es richtig ist. Ja, also ich meine, wir haben jetzt bei uns gerade wieder so ein bisschen Diskussion pro Contra versus Open Book Prüfung. Genau, man fängt nicht an, sich irgendwie wirklich über die Auswirkungen von einem Werkzeug zu unterhalten, sondern irgendwie wieder die Plastik, sondern irgendwie wieder die Plastik, den Plastikdeckel schnell drauf zu quetschen, um ja zu hoffen, dass nicht zu viel entwichen ist, und ich glaube, das ist ein Tsunami, der, der, der geht nicht wieder zurück ins Meer, das ist, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Genie aus Bottle und so, also, und deswegen dieses, naja, das ist wieder so ein bisschen die Frage, wie eben schon diskutiert, was, was wollen wir denn mit den Studierenden machen? Ja, und ich meine, da können wir jetzt auch wieder auf das, auf das Hybrid versus Präsenz Thema so ganz kurz zurückkommen, also, wie sieht denn, wenn wir jetzt bei uns Ingenieure ausbilden, in einem Präsenzstudiengang an einer Universität, die sich als Präsenzuniversität versteht, und die Präsenz feiert, was ich auch gut nachvollziehen kann, aber wie sieht denn der Arbeitsalltag von den Leuten aus? Der Arbeitsalltag sieht so aus, dass die vier Tage in der Woche im Homeoffice sitzen und von zu Hause Entwicklungsarbeit leisten und einen Tag in der Woche am Standort sind, das heißt, die haben super viel mit Videokonferenzen zu tun, die werden sich vielleicht sogar in einer Videokonferenz für einen Job bewerben, ja, die arbeiten super viel kollaborativ mit Online-Tools am Computer zusammen, und das kriegt man den Leuten eben nicht beigebogen, indem man mit denen einen reinen Präsenzstudiengang macht, so, und ich meine, das ist ja auch der Punkt mit, klar sollen die Leute das verstehen, was sie da machen, die sollen das auch von Hand rechnen können, mache ich ja mit ihnen in der Übung auch, aber die sollen eben genauso auch einschätzen können, an welcher Stelle rechne ich das denn von Hand und an welcher Stelle geht es denn auch, einen Computer zu fragen, oder wo sind denn die Vor- und Nachteile, was kann der Computer denn besser als was, was ich nicht kann, oder wenn der Computer mir irgendwas sagt, wie kann ich denn selber prüfen, ob das stimmt oder nicht stimmt, so, und das kriegt man eben nicht hin, indem man das alles verbietet und sagt, das ist hier alles ganz, ganz, ganz böse, sondern man muss das eben auch in Lehrveranstaltungen einbinden und in finaler Konsequenz heißt es auch, ich muss es auch in Prüfungen einbinden und erlauben oder die Tools, die ich Studierenden als lebenspraxisrelevante Tools mitgeben möchte, wie zum Beispiel ich sage, die Leute bei uns, die müssen MATLAB können, die müssen eben vielleicht ein bisschen Python können, die müssen irgendwie so programmieren können, die müssen mit Netzwerksimulatoren umgehen können, wenn ich jetzt rein von Elektrotechnik spreche, so, dann kann man natürlich Studierenden immer sagen, ey, das ist ein super wichtiges, super praxisrelevantes Tool, ihr werdet euch in eurem Arbeitsleben mit nichts anderem beschäftigen, das ist jetzt so ein bisschen Clickbait-mäßig, ihr werdet nie wieder irgendwas, wenn du das machst, was du nie wieder... Fünf Gründe, warum du MATLAB lernen musst. Genau. So, ja, dann sagen natürlich Studierende, berechtigterweise, wo wir auch wieder auf das Effizienzthema zurückkommen, ist das ein Prüfungsverband. So, und dann sagt man, leider nein, weil in der Prüfung erlauben wir nur hier so einen Bleistift, wir haben übrigens fancy Bleistift von unserer Uni, da kann man so die Semester abspitzen, also da sind so Linien dran und die sind beschriftet von, meine Kamera fokussiert nicht, aber die sind beschriftet von erstes bis siebtes Semester für den Bachelorstudiengang. und, nee, aber... Nicht der uncoolste Merch, muss ich jetzt sagen, aber... viele Schülerinnen verstehen das nicht. Semester, was ist denn das? Einmal ist ja. Manchmal fühlt es sich länger an. Das sind, es ist so wie bei euch, Schuljahre sind das bei uns halbe... So, naja, aber, ne, das kriegst du halt nicht hin, wenn du Leuten, ähm, Zettel und Stifte in der Prüfung erlaubst. So, und wenn du ihnen jetzt eben erlaubst, Matlab zu benutzen, ey, sorry, wir haben halt kein E-Prüfungscenter bei uns, wo man jetzt mal sagen kann, hier ist ein riesen Computerkabinett, geht da alle hin, da ist aber auch jetzt nur Matlab drauf, ja, so, sondern haben wir nicht, bringt euer eigenes Endgerät mit und ich meine, letztendlich kannst du auch sagen, dann benutzt doch auch einfach das Internet, ja, weil, wenn ihr nicht wisst, was ihr da macht, dann, dann wird euch das auch nichts helfen und ich meine, gut, der Punkt, den man natürlich damit aufmacht, ist, wenn man den Leuten sagt, bringt euren eigenen Computer mit, damit ihr Matlab LTSpice, damit ihr Computertools nutzen könnt, man, man öffnet natürlich ein Scheuntor für, für Kommunikation mit externen, aber, eigentlich im Grunde selbst, das ist ja eine lebensnahe Kompetenz, ich meine, ich, was mache ich denn im Berufsleben, ich arbeite mit Leuten zusammen und nicht, nicht, mit Lieferanten, mit Lieferanten, mit Dings und ich kriege irgendwie Informationen von denen, mit denen muss ich irgendwas weitermachen und das stimmt auch nicht immer alles, was die Leute mir sagen, es stimmt ja auch nicht alles, ne, stimmt ja auch nicht alles, was im Internet steht und was ich bei Google finde, ne, stimmt leider nicht, da steht auch irgendwie viel Quatsch und da muss ich das einschätzen können, ist das richtig, hilft mir das überhaupt für die Aufgabe, die ich jetzt habe, ja, ist das denn eine relevante Information und, naja, ähm, und ich, ich meine, mein Punkt ist eben, wenn du jetzt die Probleme nur, ähm, ich will nicht sagen kompliziert genug machst, aber wenn die, wenn die Probleme eben fachlich genug sind und du überhaupt gar keine Ahnung davon hast, weil du dich bisher mit diesen Fachinhalten überhaupt gar nicht beschäftigt hast, ja, dann nützt ja auch ChatGPT nichts, ich meine, wie Christian Spanner gesagt hat, ne, ein Messer macht, ein scharfes Messer macht noch keinen Koch und ein Taschenrechner macht aus Personen nicht MathematikerInnen und so macht halt ChatGPT, also, ne, wir könnten jetzt auch wieder die Probe aufs Exempel machen und könnten irgendwie, ähm, ChatGPT fragen, wie man, keine Ahnung, einen Eigenwert von einer Matrix ausrechnet, da kommt bestimmt, da kommt bestimmt eine richtige Antwort raus, aber wenn ich keine Ahnung habe, was eine Matrix ist und was da irgendwie ein Rang ist und was eine Spalte und eine Zeile ist und was auch immer, dann erklärt mir das Ding Begriffe, die ich nicht kenne mit anderen Begriffen, die ich nicht kenne und dann nützt mir das alles nichts und genauso nützt das Studierenden in einer Prüfung nichts, dann ChatGPT zu befragen. So, es sei denn, die Aufgabe ist so banal, Ja, aber dann sind deine Aufgaben nicht gut. Genau, dann sind aber die Aufgaben halt Quatsch und dann sind die Aufgaben auch einfach Bullshit, genau, ja, dann sind die Aufgaben auch einfach Quatsch und dann musst du dir halt mal neue Aufgaben ausdenken, sorry, ist halt so und dann musst du dir vielleicht auch mal jedes Semester ein paar neue Aufgaben ausdenken, kannst du nicht deine scheiß alte Prüfung von vor 20 Jahren, ja, die du hütest wie dein Augapfel und ja, nie einer die abfotografieren darf, dann ist das halt einfach kacke, so und dann muss die halt weg, die Prüfung und dann muss man sich, dann müssen wir uns als Uni eben auch mal den Schuh anziehen und sagen, ey, Moment, die Zeit hat sich mal weiter gedreht in den letzten 20, 30 Jahren, wir müssen uns mal ein bisschen, ganz bisschen müssen wir uns mal mitdrehen und müssen uns mal nicht googlebare und nicht ChatGPT-bare Aufgaben ausdenken oder ja, wenn denn das Tool eine richtige Antwort liefert und der Student erkennt, das ist, und die Studentin, das ist die richtige Antwort, die passende Antwort auf die Frage, die dieses Problem löst und zwar genau dieses Problem, dann ist das ja auch eine total valide Antwort, weil wäre es ja im Berufsleben auch, ja. Vor allem, da kontrolliert ja auch erstmal keiner, ob das jetzt, also du kriegst ja keine 4 von 5 zurück oder keine 86%, ich würde gerne mit deinen Eltern reden, also ich meine, vor allem, was du letztlich gerade beschrieben hast, ist ja auch nur irgendwie ein Fallstudienbasierter Lehreinsatz, dass man sagt, es wird komplizierter im Semester, aber wir werfen halt nicht einfach erst nur Begriffe in den Raum und machen dann irgendwie so ein kleines Beispiel, so, nee, wir gucken uns ein Beispiel an, sie ziehen das und ziehen uns daraus Begriffe ab, also bottom up quasi und der Workload ist eigentlich gleichgängig hoch, dass du das nicht über Bulimie einmal am Ende dir fast foodtechnisch reinhämmern kannst und wie alt sind bitte diese Ansätze, also da gibt es, ja, also, ja und, genau und wir kommen zurück zur Frage, was wollen wir eigentlich und ich meine, wir wollen alle mündige Mitbürgerinnen und Mitbürger oder fähige, kompetente Studierende und Kompetenz im Sinne, im Sinne einer Handlungsfähigkeit in einer Situation mit ergebnisoffenem Ausgang, so, wenn man eben erstmal so will, ja und natürlich wollen wir alle, dass die Studierenden in Abschlussarbeiten, in Bachelorarbeiten, in Masterarbeiten oder meinetwegen auch als Promotionsstudenten, dass die eben total selbstbewusst und selbstwirksam und eben mündig und virtuos mit allen diesen Tools umgehen, ja, investieren aber null, null Aufwand und bilden das in Prüfungen überhaupt gar nicht ab, solche Tools mal zu featuren und zu fördern und eben eine Kultur zu etablieren, in der solche Tools sinnvoll drin vorkommen. Ich würde sogar sagen, dass das noch viel früher mit anderen Kompetenzen anfängt, zum Beispiel wissenschaftliches Arbeiten, da mag es jetzt Unis geben, die das total super machen, aber anekdotisch muss ich sagen, dass die meisten dafür nicht genug oder gar keine bis zu wenig Punkte vergeben. Genau und, also, ne, klar. Es gibt keine zweite Phase, es gibt keine Resubmission, was ja total, zum Beispiel bei einem Journal, wenn du da sagst, so, nee, das passt so nicht, hier sind übrigens 17 Punkte, dann darfst du wiederkommen. Es gibt bei manchen Konferenzen eine Rebuttal-Phase, aber im vierten Semester sagen wir so, nee, das ist eine 3,3 GTFO. Ja, na, und zum Beispiel im Lego-Praktikum mache ich das, ne? Also, ich meine, da gibt es einen ersten Entwurf, den gucke ich mir an, dann können das die Studierenden überarbeiten, dann können sie das nochmal, und dann iteriert das so langsam zu einer Endversion, wo wir sagen, na gut, okay, wollen wir mal trotzdem die 20-80-Regel einhalten und keine Perfektion anstreben. Ja, na ja, klar, und ich meine, die Frage ist eben, auch eine übergeordnete Frage ist, wie viel davon sind Fachkompetenzen, wie viel davon sind außerfachliche Kompetenzen, was sind Schlüsselkompetenzen, was sind irgendwie diese, kann ich auch, viel beschworenen Future Skills, 21st Century Skills, und in einer guten Lehrveranstaltung wird man die, das ist hier diese schöne Metapher von Jöran Moos-Meerholz, wird man die eben immer geschickt miteinander verflechten und da als Lehrperson sich irgendwie ein Konzept überlegen, wo fachliches und außerfachliches ganz, ganz wild miteinander verwoben ist und am Ende was ganz Tolles produziert. Ja, schon, ja. Ich würde behaupten, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort gewesen. Fantastisch. Also dann, ich weiß nicht, dieses Sci-Space-AI-Power-Tool, das können wir uns ja mal beim, das läuft bestimmt nicht weg. Das läuft sicher, ja. Auch Educational Streaming, ob man das als Begriff überhaupt findet, würde ich nächstes Mal gerne machen. Ja. Ohne Clickbait in der Lehre, da werde ich, da werde ich, da werde ich ein bisschen was vorbereiten. Das ist sehr gut. Da gibt es ein paar schöne Sachen. Und die Frage, die wir dann auch zum nächsten Mal aufschieben, fand ich auch eine sehr interessante Frage, die wir heute auch schon so ein bisschen nebenbei mit beantwortet haben, aber mich hat letztens, also ich habe mal wieder einen Workshop gemacht zum Thema Hybridlehre und habe eben aus meiner Sicht erklärt, welche Technik ich geeignet finde, um hybride Lehrveranstaltungen umzusetzen. Und dann hat mich eine Person gefragt, und das fand ich eine sehr gute Frage, die ich spontan auch gar nicht so richtig gut beantworten könnte, welche Technik nicht für Hybridlehre oder für hybride Lehrformate geeignet ist, um das so ein bisschen umzudrehen. Und ich meine, da kann man natürlich dran umgedreht, auch wieder Kopfstandmethode daraus lernen, was ist vielleicht gute Technik? Doch, da gibt es mit Sicherheit so ein paar Ausschlusskomponenten. Ja, genau, weil ich meine, unser Punkt ist ja immer, die beste Kamera, das beste Mikrofon ist das, was du sowieso schon hast. Und dann kannst du das natürlich irgendwie immer beliebig erweitern. Und manchmal gibt es vielleicht so Punkte, wo man sagt, das sieht irgendwie cool aus. Lieber nicht zu teuer, zu groß, zu unhandlich. Ja, nee, sehr gut, sehr gut. Also eigentlich bleibt es quasi beim gleichen Titel. Nächstes Mal, ja, bis dahin, sagen wir, gute Out. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich in einem Monat, plus, minus. Ja, genau, wir müssen gleich mal einen Termin machen, weil ich nehme mich in Frankreich Ende Mai zu einem Austausch. Und das wäre vielleicht eine interessante Sache, zum Ende dieser Woche mal wieder so einen länderübergreifenden Stream zu machen. Ja, das klingt doch gut. Vielleicht eine Abseits unserer sonstigen Themen Folge zu machen, zum, wie sieht es denn in Studium und Lehre und Forschung und Wissenschaft, soweit ich nach einer Woche einen Einblick gewonnen habe, an einer technischen Universität in Frankreich aus. Bist du wieder in der Flying Faculty unterwegs? Ja, die in so einer auch mittelgroßen, wie sagt man immer, in den Studien, so im mittleren Westen, nee, also, ich bin in Angers, das hat so 1500 Einwohner oder 150.000 Einwohner oder sowas in dem Dreh ist ein bisschen kleiner als Magdeburg. Okay. Schön, das ist gut. Ja, machen wir. Kriegen wir hin. Sehr gut. Themen sind genug da. Es bleibt weiter spannend. Euch ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.